guten tag werte gäste der meson manga ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren dieser videos in der kategorie ich schaue mir video videos ich schaue mir manga lizenzen an und für 2023 zumindest und da ich das wieder einmal aus zeit technischen gründen mir vor die arbeit gedrückt habe ist es noch unfassbar früh und ich werde mir ab und zu mal einen davon gönnen also seid schon mal vorgewarnt nichtsdestotrotz tropisch nichtsdestotrotz fangen wir heute an ich habe auf wunsch von euch mehr oder minder von einer person aber das reicht manchmal auch schon bei meson manga ist fantastisch ihr kriegt eure wünsche erfüllt auf keinem anderen kanal ist dies möglich das so lüge ich euch jetzt einfach mal an ich werde mir diesen oder beziehungsweise ich habe geschaut ob es noch englische lizenzen gab denn es gab natürlich jede menge und zwar wirklich enorm viele ankündigungen was manga lizenzen im deutschen manga bereich angeht mit deutschen manga verlegen und dazu habe ich ein video gemacht das kam eigentlich überwiegend positiv an aber es gibt natürlich immer mal wieder querschläger querulanten die haben irgendwie bock es war keine meinung dazu zu äußern aber eine bewertung dazu lassen ich habe mich gefragt was ich falsch gemacht habe aber letzten endes werde ich nicht erfahren und ganz ehrlich die meisten den meisten hat spaß gemacht und das freut mich und dann habe ich mir gedacht warum nicht warum nicht mal schauen ob es irgend so was wie eine liste gibt kleine vorne kleine sache vorneweg sowas wie manga passion für den englischen bereich gab es jetzt nicht leider deswegen musste ich mich hier ein bisschen mit der my anime list herumschlagen und ich weiß nicht die ist nicht so ganz perfekt aber ich denke wir kommen in eine halbwegs ok richtung wir schauen einfach mal wie es sich so lebt und wenn das gut funktioniert können wir diese liste auch in zukunft weiterhin nutzen wenn ich daran denke werde ich die ganzen also von quartal eins und quartal zwei von diesem jahr weil mehr gibt es scheinbar momentan noch nicht werde ich dann unten in der video beschreibung verlinken generell wenn es euch wenn euch dieses format gefällt würde ich mich über eine positive rückmeldung freuen gerade bei den englischen sachen immer immer daran denken mal eine positive rückmeldung da zu lassen weil naja ich glaube dennoch dass die meisten eh von euch vor oder von den leuten die abonniert haben eher deutsch ursprünglich können und englisch eher weniger bis gar nicht aber es gibt ausnahmen wie zum beispiel mich und andere da draußen und die interessiert es natürlich brennend was der englische markt denn so gebracht hat ich möchte gleich vorneweg also erstmal die anime die interessieren uns jetzt zumindest für dieses format hier gar nicht wir haben natürlich auch so was wie ads key oder blaze publishing oder comic key oder cross infinite world und so weiter und so fort aber zwei sachen die uns eher nicht so interessieren sind zum einen light novel romane oder sonst was wie gesagt es geht um manga lizenzen und digitale verläge und so weiter das auf einer persönlichen ebene frustriert es nur meiner an sich nach weil die leider immer sehr gute werke meiner an sich nach wegschnappen und da die immer sehr konkret digital publishing machen und betreiben und da niemals in erwägung ziehen würden das ganze zu drücken ist es im grunde einfach nur den leuten die gedrucktes die physisches es ist physisch hier ja die physische sachen haben wollen das ein bisschen wegnehmen und ehrlich gesagt das frustriert nur wahnsinnig und das wollen wir uns gar nicht erst antun manchmal ist ignoranz einfach segen und in dem fall machen wir das einfach so wir kümmern uns nur um das was auch ausgedruckt auf dem markt in den märkten in den verlegen in den unternehmen sowas wie keine ahnung thalia amazon oder anderen händler bereit ist gekauft zu werden und nichts anderes so wir schauen einfach mal dark horse comics damit fangen wir an ins mauf no kage lovecraft kisha kushu oder kessa kessa kushu gleich mal hier tropisch habe ich schon erwähnt lovecraft kessa kuss kessa kushu wie auch immer ein manga von tana bego ok kann das sein dass wir den schon haben den ins mauf irgendwas hier steht es leider auch sonst gar nichts direkt aber es dürfte auf jeden fall noch der horror part oder ableger von der hp lovecraft reihe von gotana be sein die wir auch hierzulande bereits haben und ich glaube wir sind hier hierzulande bereits sogar weiter und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen wer hp lovecraft kennt und horror manga mag der greift zu sind zwei volumes ansonsten kann man aber auch getrost auf die deutsche fassung äh gehen weil die existiert nun mal auch so j novel interessiert uns nicht so das ist ähm das ist schwierig wir müssen überlegen warte mal kurz da sind nämlich diese diese zeichen die haben irgendwas zu bedeuten genau die also die äh mit dem sternchen hinten dran sind digital das freut uns natürlich alle sehr ups wo sind wir denn ich bin grad das stimmt nicht ganz weil aus irgendeinem grund haben sie es zum beispiel bei ablaze publishing nicht und ich weiß dass diese drei werke hier ähm leider osamotesca werke sind die nur digital rauskommen deswegen ähm haben sie es hier nicht ganz eingehalten wahrscheinlich sagen sie sich okay bei digital only publishern äh brauchen wir es nicht markieren dass sie digital rausbringen aber es wäre trotzdem ganz nice für die leute die nicht wissen dass das ein reiner digitaler egal wie auch immer wir gehen zu kodansha und wir schauen uns da mal kodansha an wir haben gankyngu wir haben gankyngu gankyngu ist ein manga are you sure Gankyngu 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 äh äh, ne die haben, oh, das ist, oh, super ärgerlich ah, okay, die haben, die haben das Sternchen auch hier vergessen, ganz ganz, ganz toll, freut mich weil ich hatte kurz für, ich hatte für einen kurzen Moment das Gefühl, oh mein Gott, sie bringen einen alten Delinquent Manga raus, aber nein es ist wieder, weil ich dachte auch 37 volumes, das ist ein Wort aber nein, natürlich nicht, es ist natürlich wieder digital wöp einfach nur wieder mal nicht gut gepflegt naja, das gefällt mir jetzt schon mal direkt nicht, weil das sind so Instance-Outsches gut, weil Kodansha ist nämlich dafür bekannt, sehr, sehr geile Lizenzen rauszuhauen und die im digitalen Koffer abzuschließen, I hate it so much ich bin nicht Sammler ich bin nicht, äh, all die Jahre Sammler, leidenschaftlicher Sammler gewesen, um quasi anzufangen ähnlich ein bisschen wie NFT irgendwelche digitalen Bildchen als Sammlung darzustellen, auf irgendwelchen digitalen, äh, Devices sorry, das ist einfach nicht das gleiche Gefühl, muss man einfach mal so sagen ok, auch hier können wir es knicken das ist auch, das ist auch digital ich, ich, ich verstehe nicht, warum sie da nicht verstehe ich jetzt nicht ganz warum sie da nicht diese Sternchen gemacht haben aber scheinbar ist das alles digital gewesen, deswegen können wir das auch getrost knicken so, schade, das ist schon mal richtig unangenehm jetzt haben wir aber Seven Seas und deswegen ist Seven Seas immer noch mein Lieblingsenglischer Verlag weil die das einfach nicht machen weil die einfach raushauen und dann würde ich sagen schauen wir mal oh mein Gott da gibt es wirklich einiges wird wahrscheinlich wieder einiges an Esekai sein es wird sowas von viel Esekai sein wir schauen einfach mal ich klicke mich jetzt hier einfach mal so rum oh, warte mal hier, ich mach's nur mal weg wir werden teilweise Amazon Japan Links verschickt what the hell ok ich möchte keine Light Novel genau, das ist eine Light Novel das ist keine, wie es aussieht und dazu gibt es dann auch eine Light Novel wir kriegen echt Amazon Links teilweise das ist super seltsam naja, wenn halt gerade nichts übrig ist Light Novel das sieht nach keinem Light Novel aus keine Light Novel keine Light Novel keine Light Novel keine Light Novel sonst würde das ja hinten dran stehen nein, nein, nein 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 und nein so dann sind wir mal gespannt dann gehen wir doch mal Seven Seas für Q1 durch da haben wir Kekon Tsuru Te Honto Desuka 365 Days to the Wedding das ist ein Szenen Manga tatsächlich und hat die Kategorie Romance ja also eher so ein bisschen diese Heiratsthematik die Männer ansprechen soll scheinbar Entschuldigung aber was heißt aber das sieht eigentlich ganz nett aus ich wüsste jetzt nicht ich wüsste jetzt nicht so ganz ob mich das packen würde per se da tue ich mich immer ein bisschen schwer aber es sieht eigentlich es sieht eigentlich ganz nett aus könnte man sich mal könnte man sich mal so theoretisch auf den Zahn legen das wäre jetzt zum Beispiel das wäre zum Beispiel eine Option das könnte man sich mal überlegen wobei ich ja bei sowas immer ein bisschen wehmütig werde ähm muss ich ehrlich gestehen da 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 ist da 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 hittet dann die Realität doch schon ein bisschen hart äh so Heiratsthematik und glückliche Ehe und so ist immer so ein ist immer so ein Thema das das bricht mich immer sehr schnell beim Lesen muss man leider so sagen äh von daher schwierig 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 aber auf jeden Fall nicht verkehrt nicht verkehrt da kann man mal drüber nachdenken ähm ähm mann 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 ähm es ist weil ich die Heizung wieder anhabe ne ja ich will halt nicht frieren ok ich mach sie aus ich hab nämlich bemerkt sobald ich die Heizung anmache fange ich an ähm den da zu machen weil die Luft so trocken wird ähm 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 mann ähm 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 aber dafür dafür frieh ich mir dann halt den Arsch ab ähm weil ich im Keller lebe ähm also nicht direkt im Keller aber in einer Kellerwohnung und deswegen ähm naja Kovare Skill de Hachimero Gentai Dungeon Uko Ryaku Modern Dungeon Capture Starting with Broken Skills ist ein wir wissen es nicht so genau Manga Fantasy auf jeden Fall ich würde mal sagen Shonen ähm sieht nach nichts besonderes aus nach einem typischen Issekaif oder Fantasy-esken Manga wie es heutzutage ist irgendeine das muss ich sagen das ist so ein bisschen irgendwie für mich recht langweilig geworden es ist einfach irgendein Typ oder eine Dudette dann haben wir irgendein anderes Thema oder einen anderen Job oder eine andere Grundidee generell einfach und hauen diese Charakter dann in eine Fantasy-Welt und gucken was dann mit denen passiert ich weiß nicht warum dieser Trend existiert ich bin mir noch heute unsicher ich bin nicht der Typ der jetzt Issekaif komplett hasst ähm weil ich auch einsehe dass das Konzept an sich eine neue Welt zu erforschen oder beziehungsweise von jetzt auf nachher in einer anderen Welt zu leben schon schmackhaft und interessant ist und ich hab auch nichts mal wenn ein Charakter einfach mal overpowered ist aber was ich gar nicht leiden kann ist dass manches einfach wirklich gefühlt einfach nur äh Gärtner in einer anderen Welt äh keine Ahnung äh Polizist in einer anderen Welt ich war mal Bürohengst und bin jetzt in einer anderen Welt ich war mal verheiratet und bin in einer anderen Welt ich war mal ein Kind und bin jetzt als Erwachsener in einer anderen Welt und das ist es halt einfach ähm ähm nun nun aber ich denke da hat jeder irgendwie so seinen Manga wo er sagt eigentlich mag ich es nicht aber irgendwie ist das eine Ausnahme aber es macht eigentlich nichts anderes aber irgendwie hat es mich doch und es macht irgendwie Spaß es ist nicht es ist nicht grandios geil aber man kann es man kann es annehmen und ich denke für solche Leute vielleicht ist das für euch genau dieser Manga keine Ahnung ich kann dazu nichts sagen ich werde mir aber auch jetzt hier nicht die Synopsen hier alle intensiv durchlesen weil kommen halt so gar nichts mehr so dann haben wir hier ähm Boys Love I guess kann man das kann ich das irgendwie übersetzen ich mag es wie das steht übersetzt in Deutsch und dann wird es auf Englisch übersetzt aber ist okay oh warte mal what the hell wie ist denn was passiert hier gerade der Text würde auf Englisch übersetzt also der Titel aber der Rest steht auf Deutsch da Liebe wie wie ein Jojo Manga manchmal schuldig Herz Rabbit is obsessed with puppies ich hab das Gefühl das ist ein Boys Love aber fragt mich nicht woher woher mir diese ja keine Ahnung von nie NIE kann man die kennen ich klicke einfach mal drauf und gucke einfach mal hat die noch was gemacht oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Entschuldigung, ist irgendein Angebot aus dem deutschen Bereich, was schon mal existiert hat in irgendeiner Form bei uns und dann irgendwie gab es nie wieder was oder so, dann ist dann vielleicht der englische Bereich ganz interessant. Aber allzu viel scheint Mangaka XY von diesem Werk, ne Mangaka nie, noch nie gemacht. Gut, gehen wir mal weiter, Summer Ghost, Summer Ghost basiert glaube ich auf einer Novel, oder doch nicht, warte mal, jetzt muss ich mal kurz schauen, okay, da gab es scheinbar schon einen Film und der basiert auf, Oh mein Gott, ey, also ich muss halt echt sagen, ich krieg die Krise, ähm, es ist, also ich muss sagen, ich mag Anni List mittlerweile immer mehr, weil die Infos, die Mangelinfos hier sind eine Katastrophe. Ähm, Summer Ghost ist insofern interessant, sag ich es mal so, weil es ein Otsuichi-Story ist. Otsuichi ist, ähm, ein bekannter japanischer Horror- und Krimi-Autor, könnte man fast sagen, der schon einiges an Banger, äh, gezaubert hat und wo auch einige an Banger-Kurzgeschichten oder One-Shots im Manga-Bereich aufgetaucht sind dadurch. Ist ein anderer Zeichner, das ist jetzt hier Miyoshi Ino, aber das sind zwei Bände, das ist ein Szenen-Manga und, keine Ahnung, wenn der wieder bei uns in irgendeiner komischen Egmont-Hardcover-Edition rauskommt, die nach, äh, ein, zwei Monaten, äh, out of print ist und nie wieder nachgedruckt wird, ähm, dann muss ich sagen, dann würde ich vielleicht eher den englischen Doppelband, ich würde mal schätzen, das wird ein Doppelband, äh, bevorzugen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da habe ich auch schon nicht so schöne Erfahrungen mit und darauf kann ich verzichten. Nur, dass mir, äh, dass dann wieder irgendwie so eine komische Sammelband-Edition, Luxury-Edition oder so, äh, daherkommt, nochmal wesentlich teurer ist, äh, und ich vor allem nochmal ein, zwei Jahrchen warten muss. Ah, fühle ich jetzt nicht so, vielleicht könnt ihr mir da, äh, beipflichten. Äh, ich zeige euch kurz mal, was Otsuichi noch gemacht hat. Also interessant, dass es überhaupt einen, einen Film dazu gab, das ist ja auch nicht so üblich für ihn. Ja, er hat halt eben halt Goff gemacht, ne, Goff ist ein sehr guter One-Shot gewesen oder eben, äh, Kiminishika Kikoenai, das ist ein, ähm, Can You Hear Me, heißt das bei uns, ähm, mein absoluter Lieblings-One-Shot-Manga of all time. Dann, ähm, hatte er die Story zu My Capricorn Friend, das mochten ja manche, da muss ich sagen, finde ich der absolut schwächste Manga von ihm. Kisu war auch ziemlich gut, ähm, dann gab es noch Holiday, der war auch wieder so ein bisschen meh, 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 der war okay-isch. Und Summer Ghost wird jetzt scheinbar das, äh, neue Ding. Wir haben noch einiges von ihm nicht, wenn man mal, also so ein paar Sachen könnte man schon mal noch lizenzieren generell. Aber, das ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, ich wusste nicht, dass es davon ein Anime gab per se, aber das scheint jetzt auch kein Horror- oder Krimi-Thematik zu sein oder zu haben, sondern einfach nur eine übernatürliche Note zu haben, die aber, äh, erwachsenes Publikum ansprechen soll. Also, könnte vielleicht auch noch eine düstere Note bekommen. Mal schauen, aber das, das klingt doch auf jeden Fall schon mal gut, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. 2021 kam der Film schon raus, hat man hier gar nichts drüber gehört, oder? Kennt ihr Summer Ghost? Habt ihr mitbekommen, dass da ein Anime-Film existierte? Ich hab allgemein das Gefühl, dass wir im Serienbereich Crunchyroll und Co, äh, da irgendwie immer versuchen, so recht am Zahn der Zeit zu sein, aber was, ähm, OVAs und Filme und so angeht, da kriegen wir fast nix mit. Beziehungsweise, da wird auch fast nix lizenziert gefühlt, also, vielleicht kommt's mir auch nur so vor, ich bin nicht so tief im Anime-Game drin, aber, ja. So, dann haben wir als nächstes Moment, ich fang nochmal an. Das ist, das ist einfach sehr lang. Oh, Gott im Himmel. Der Scary, Moment, wo, wo haben wir denn? Der Scary, nee, Scary Bosses Extra Large Size Won't Fit. Okay, das ist auf jeden Fall quasi Edgy für Damen. Das ist ein Yosei-Manga. Genre Erotika? Wie? Das ist ein, das ist jetzt ein, ist das, was ich denke, was es ist? Ich hab Angst drauf zu klicken, ähm, 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 um quasi Bilder zu sehen, weil, YouTube. Ähm, wenn Erotika quasi Hentai, beziehungsweise Ero-Anime bedeuten soll, äh, Ero-Manga, dann, ähm, interessant, zwei Bände, zehn Kapitel, heißer Dude. Ich muss sagen, ich mag, ich muss, ich muss die mal auschecken. Ich muss die mal wirklich auschecken, weil, weil ich finde, wenn, wenn, wenn die, wenn die, ähm, wenn diese Manga, diese Ero-Manga für weibliches Publikum sozusagen mal kein Boys Love sind, also Man-on-Man-Action, sondern Man-on-Woman-Action. Und, ähm, das auch ein bisschen heiß zur Sache geht, dann bin ich generell interessiert tatsächlich, weil ich fand das schon oft eigentlich ziemlich nice, so muss ich sagen. Ähm, außer dieses Smudge-Manga, die finde ich, das ist für mich ein bisschen ähnlich wie das, das sind für mich die Isekai der Yosei-Manga irgendwie, weil, die haben halt auch nur ein Thema so gefühlt. Und, ähm, ja, das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Mir gefällt auch der Artstyle, was hat denn, ähm, der Mangaka, Mangaka, wo, 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 wo ist er denn? Äh, Kamu, Kamu-C. Hat nur das gemacht, okay. Kamu-C hat nur das gemacht. Ähm, bin ich generell dafür, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin ja, ich hab's im letzten Part schon mal, vielleicht hat's deswegen negative Bewertungen gehagelt. Ich weiß es nicht. Ähm, weil ich ja gesagt habe, dass ich diese gleichgeschlechtliche Liebesthematik nicht so spannend und ansprechend finde, weil ich einfach nicht in diese Richtung, äh, schwinge. Das, äh, ist scheinbar für viele heutzutage ein Konzept, das viele nicht verstehen. Und man muss ja allem gegenüber offen sein. Ähm, ich bin generell auch offen, aber ich muss es nicht, zwar, also, es ist halt trotzdem ein Unterhaltungsfaktor, ne, und wenn's einen nicht unterhält, unterhält's einen einfach nicht. Oder man fühlt sich nicht so reingezogen, logischerweise, wie in etwas, wo, wo, wo man selber tickt. Und das ist zum Beispiel wieder ziemlich nice, muss ich sagen. Ähm, das, 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 ich muss mal generell, ich muss da mal, ich glaube, ich muss da Steamship, so heißt es ja bei Sam & Seas, muss ich da mal austesten. Ich glaube, ich glaube, da könnte, das könnte ziemlich interessant werden. Machen wir mal weiter. Dann haben wir Revenge Kai-Eda-Macon. Das ist ein vierbändiger Drama-Romance-Manga, ohne große andere Bezeichnung. Das hat auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen eher so Gezo-Vibes von, von, so vom, 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 mich ansprechen auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall One-Shots mit drin in den einzelnen Bänden, in Band 3 und 4. Das heißt, der Manga ist nicht vier Bände generell groß. Hat zwar 20 Kapitel, aber davon sind vielleicht mehrere eben halt diese One-Shots. Hm. Hm. Schwierig. Was hat denn die Mangaka Momota Esayou noch gemacht? So, sagt mir alles nichts. Er sagt mir, sagt mir alles nichts. Gut. Kann ich jetzt gar nichts zu sagen, aber vielleicht freut es ja den oder die ein oder andere. Für mich ist da jetzt, also für mich ist der Arzt da jetzt ein bisschen, austauschbar, keine Ahnung. So, Watashiwa Esu Ni Sakarenai. Das ist bestimmt auch wieder ein Steam-Dings, oder? Drama, Romance. Nee, das ist ein Jojo-Manga tatsächlich. Sechs Bände. Okay. Ich, ähm... Die modernen Jojo-Manga sehen für mich alle gleich aus. Es ist teilweise wirklich so, ähm... Ich hätte das teilweise so gerne, dass die mal wieder ein bisschen eigene Vibes haben. Vor allem auch einen eigenen Art-Style. Die sehen sich so oft so ähnlich. Schauen wir mal, äh... Mangaka Hibikiai. Die hab ich schon mal... Die hab ich schon mal auf jeden Fall irgendwo gesehen. Hm. Ich bin mir fast sicher, dass wir den Manga hier haben. Aber fast heißt eben nicht. Wobei, zehn Bände. Hm. Jetzt bin ich mir wieder unsicher. Hm. Aber das Cover kommt mir unbekannt vor. Ah, Hibikiai sagt mir was auf jeden Fall. Ich meine auch sogar mal einen Manga von ihr gelesen zu haben. Aber... Es war scheinbar... Nicht die krasseste Erfahrung. Nee. Okay. Ähm... Wie gesagt. Äh... Es ist immer schwer zu Dingen was zu sagen, von denen man keine Ahnung hat. Deswegen... Überlasse ich... Euch die Freude. Gut. Ketzer. Braucht man glaube ich nichts zu sagen. Haben wir im deutschen Bereich auch schon abgehakt. Das dürfte Altraverse gewesen sein. Die haben das ja lizenziert, deswegen... Hat acht Bände, by the way. Sehen wir hier. Ist abgeschlossen worden. Ähm... 18. April 2022. Das heißt, immerhin hat es eine solide Bandanzahl und übertreibt nicht. Das ist doch schön. Aber ansonsten... Ja. Gott. Das nervt mich hier gerade so. Diese Webseite nie übersetzen. So. Dann haben wir... Dungeon no Osa-na-na... Oh Gott. Osa-na-na... Dungeon no Osa-na-na-chimi. Das hier ist ein Sehnen-Manga. Der sieht ganz knuffig aus. Hier Dragon Girl oder was es auch heißt. Sieht ganz knuffig aus. Ich mag ja Monster Girls. Aber es ist wieder so ein Dungeon-Manga. Und Dungeon ist halt eigentlich im Grunde auch nur ein bisschen so diese Alternative. Wenn Dungeon da steht, ist es überwiegend kein Esekai-Manga. Also niemand wird irgendwie von LKW gezogen und wird dann neu wiederbelebt in einer anderen Welt oder so. Sondern es ist einfach... Die Welt existiert bereits. Und... Let's go quasi. Und da ist wieder ein Dungeon. Und dann müssen wir wieder Dinge tun. Und den erforschen. Und typische RPG-Regeln. Und es ist so, es leiert sich irgendwann aus. Ich bin ein großer Freund von JRPGs und ich mag auch Dungeons. Aber die Thematik Dungeon per se immer und immer wieder aufzuwärmen. Und aber gefühlt immer gleich zu behandeln, ist einfach... Ich tue mir das hier und da gerne mal an. Das klingt jetzt negativer als es ist. Aber auf Dauer... I don't know. Es sieht knuffig aus, keine Frage. Es sieht wirklich knuffig aus, muss ich sagen. Es ist ein Comedy-Slice-of-Life-Manga, wie es aussieht, mit einem Fantasy-Setting. Puh. Muss man abwarten. Das ist für mich so ein Titel nach der Kategorie. Ich werde einfach mal am Anfang natürlich nicht kaufen. Und dann entscheiden, ob mir die zukünftigen Cover zusagen. Es ist nämlich oft so, dass mir das erste Cover, dass ich dann sage, oh, vielleicht. Oder ich sage komplett, oh, nee. Und dann kommt immer mehr und immer mehr. Und auf einmal kommt irgendein Charakter auf dem Cover. Und ich denke mir, oh mein Gott, okay. Vielleicht soll ich es doch mal holen. Das habe ich oft so. Deswegen, ja. Schauen wir mal. Akuma ist der Story- und Art-Writer und der hat auch diesen Manga gezeichnet. Also er ist scheinbar Comedy- und Fantasy-lastig, dieser Manga-Kerl. Okay. Der wird, by the way, nicht lizenziert. Nicht, dass es zur Verwechslung kommt. Es dreht sich um den Manga hier. Hm. Hm. Ist man vorsichtiges vielleicht. So, dann haben wir Nekomata to Asa Gohan. Breakfast with my two-tailed cat. Ich sollte auch mal das unterlesen. Das ist halt... Ja. Es läuft weiterhin. Es ist ein Slice-of-Life-Manga. Scheinbar ist es ein Typ mit einer zwei-schwänzigen Katze, die sehr groß ist. Und, äh, die essen. Und ich mag Essen. Ich mag, ähm, Manga, die mit Essen zu tun haben. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore, da, es geht es um Haustiere oder generell Tiere. Ich muss mir jetzt den Manga oder den Anime reinziehen, äh, Typ. Ähm, ich mag lustige Katzen-Videos auf Twitter. Da generell lustige Tiere-Videos auf Twitter habt, hat vielleicht der ein oder andere Follower von mir, äh, schon realisiert. Und auf die Timeline gespült bekommen, wegen mir. Aber, so Manga-technisch, da bin ich jetzt nicht so der Typ für. Ist eine Yashuke-Manga, das war mir schon irgendwie fast klar. Also eine, ein Figur-Manga sozusagen. Ist von Ishimizu-Ai. Und die hat auch unter anderem den hier gemacht. Der meiner Ansicht nach wesentlich interessanter aussieht, wenn ich, äh, ehrlich bin. Aber er ist halt schon alt, ne. Er ist halt 2009 bis 2011. Sowas kann man natürlich nicht mehr bringen. I hate it. Äh, ist es allgemein so oft, wenn man, äh, oft, äh, die, wenn man dann sieht, oh, ein neuer Mangaka, was hat er denn rausgebracht? Und er denkt dann so, ah, ist ganz nett. Und dann guckt man drauf, was der Mangaka noch so rausgebracht hat. Und es ist alles meistens so viel geiler. Und es wird niemals passieren. Und das ist so ärgerlich. Also das, das hätte ich mir jetzt eher gekauft als das hier, bin ich ehrlich. Wobei das sicherlich auch ganz süß ist. Sicherlich. Ja. Für Katzen-Fans greifen zu. Der Rest liest Probe, würde ich sagen. Dann haben wir Onatomo-dachi-to-kekon-shite-mita. I married my female friend. Das sieht ehrlich gesagt ganz süß aus. Ist halt wieder ein Girls-Love-Manga, der noch am Laufen ist. Hu, das ist halt schwierig. Es sieht an sich wirklich, wirklich gut aus. Also zeichnerisch, von der, von, 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 von der Stimmung her, vom Feeling. Gefällt mir das schon recht gut. Ich mag auch wieder diese Pastellfarben. Da bin ich sowieso ein Sacker für, wenn die auf Cover sind. Generell sieht es nach einem schönen Cover aus. Ist halt aber, wie gesagt, nicht so meine Thematik. Könnte sich auf Dauer halt auch für mich wieder so ein bisschen verlaufen. Weil mein Problem ist, auch oft, wenn das jetzt mal so ein Ein- oder Zweibänder, vielleicht auch ein Dreibänder ist, ist das okay. Aber alles drüber wird nach einer Zeit zu so einem Slice-of-Life-Musch. Und das muss man dann halt wirklich mögen. Man muss dann in die Charaktere am besten sich richtig reinfühlen und da richtig Bock drauf haben. Weil wenn das dann zehn, zwölf, was weiß ich, noch mehr Bände ergeht, dann, dann ist es bei mir so, dann verlässt mich die Motivation irgendwann. Dann bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, naja, passiert jetzt nichts mehr halt so Spannendes. Es ist halt sehr jaschke, es ist halt sehr feel-good. Alles ist schön, nichts ist dramatisch, alles ist cool. Und es ist auf Dauer einfach. Dann gucke ich drauf und denke mir, schon wieder zehn Euro für so ein Manga? Und elf, zwölf? Boah, I don't know. Und das ist immer ein bisschen mein Problem. Natürlich, wenn man da drauf fixiert ist, dann ist sowas natürlich aber auch gleichzeitig geil. Das verstehe ich auch absolut. Und schauen wir uns mal kurz Shio Usui an. Was hat die denn noch so gemacht? Jede Menge andere Girls Love Manga, wie es aussieht. Ähm, joa. Punkt, ich kann dazu nichts sagen, sorry. Aber ich denke, das könnte dem einen oder anderen gefallen. Und auch hier, man ist sich nie so ganz sicher, wird es auf Deutsch kommen oder nicht. Manche pokern ja ein bisschen, ich sag's mal so, wenn es eine geringe Bandanzahl hat, am Ende würde ich vielleicht nicht pokern. Würde ich vielleicht einfach nicht pokern. Das ist immer so ein bisschen mein Rat. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal weiter. Wie gesagt, ich kann halt dazu nicht so viel sagen. Ist ein Fantasy Manga mit einer riesigen Katze. Man merkt halt auch, dass das ein Thema ist, was auch im englischen Bereich halt enorm zielt. Tiere. Es gibt so viele Cat Ladies und Cat... Warte mal. Cat Boys ist ein anderer Begriff. Wie nennt man das? Cat Gentlemen. Ähm, da draußen die, äh, Katzen so hart feiern. Dass es irgendwie immer zieht, wenn ein Manga in der Hinsicht rauskommt. Und man merkt einfach auch schon ein bisschen den Fokus drauf im englischen Bereich. Ähm, ja, I guess, wenn ihr Katzen mögt, ist das vielleicht volles Ding. Es sieht ganz charmant aus. Es läuft noch. Es ist ein Fantasy Manga. Es sieht charmant aus. Kann man nix sagen. Aber ob das jetzt... Ich muss sagen, da mochte ich zum Beispiel diesen einen Manga in der Postapokalypse. Diesen drei Bänder mit der riesigen Spinne. Der friedfertigen. Ähm, aber auch manchmal ein bisschen gefährlichen. Ähm, das fand ich irgendwie cooler. Ich hasse zwar Spinnen und generell sowas. Aber das hat so einen gewissen Biss gehabt, ne. Es ist halt wieder... Das hier ist halt einfach ein Haustier nur in riesig. Und ich weiß nicht, ob sich das halt auf Dauer trägt. Das, äh, wird dann die Zukunft, äh, wissen. Der Manga hat ja erst angefangen. Und der andere Manga von ihr oder ihm ist Samurai High School. Mit fünf Bänden. Comedy, Fantasy, Supernatural, Cross-Dressing. Äh, und ist für Shonen-Manga. Oh mein Gott. Auch hier wieder. Warum nicht den? Weil 2009 bis 2011. Das können wir ja absolut nicht deliveren. Das könnte... Das geht ja nicht. Das sieht interessant aus. Das hätte ich mir geholt. Gut, ich bin auch ein kleiner Sacker für dieses Thema. Ähm. Weil... Keine Ahnung. Weil die irgendwie ist einfach immer wieder schaffen, mich... Mir Spaß zu machen. Auf eine simple und schöne... Oldschoolige Rom-Com-Variante. Die irgendwie heutige Rom-Com-Manga, gerade auch im Shonen-Bereich, die, by the way, nahezu nicht mehr richtig existieren. Ähm. Weil es meistens nur Harem- und Drama-Manga mittlerweile sind. Ähm. Befreue ich mich eigentlich immer, wenn sowas rauskommt. Aber, hm. Oh, das ist genau das, was ich meine. Das ist schon wieder super ärgerlich. Ich klicke drauf und denke mir, warum nicht das? Warum das? Why Cat? I know. I know. Gut. Katzenfreunde werden sich da wieder sehr begeistern für. Ki no Kuni Mizu no Kuni. Kingdom of Gold. Kingdom of Water. Ist ein One-Shot-Yosei-Manga. Ich muss gestehen, also, wenn ihr so ein Fantasy-Manga macht, es ist ein Yosei, es wird halt mehr um Romance gehen und so weiter wahrscheinlich. Ähm. Aber, ja, ein One-Shot mit so einem Königreichsthematik, finde ich schade. Weil das ist dann einfach, ja, okay, zwei Seiten wollen beide, dass quasi die Königreiche in Frieden bleiben und nicht in Krieg ziehen und so weiter und gleichzeitig verlieben sich die, äh, Königinnen und König der jeweiligen anderen Länder oder sowas, so verstehe ich das hier grob, ineinander und das ist die Thematik von diesem One-Shot. Ist ein bisschen, hm, ja, für einen One-Shot mit acht Kapitel. Auf der einen Seite kann man sagen, kann man nichts falsch machen, auf der anderen Seite ist es echt ein bisschen kurz für diese Art von Setting, finde ich. Mal schauen. Nao Iwamoto, was hat sie noch gemacht? Sagt mir alles nichts. Oh, da, ah, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir warum, jetzt wissen wir warum, jetzt wissen wir warum, jetzt wissen wir warum, ja, jetzt wissen wir auch warum. Es wird einen Film dazu, oder es gab einen Film sogar Anfang des Jahres dazu. Und deswegen, deswegen ist das so. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Und weil es eine Dame ist, die ein bisschen fülliger ist, das ist natürlich auch ein großes Thema in Amerika, also gerade in Amerika ein Riesenthema. Und daher, by the way, das sieht übrigens hier im Manga gar nicht mal so krass aus, wenn ich das jetzt mal so anmerken darf. Also außer, dass die ein etwas fülligeres Gesicht hat. Finde ich, passt das jetzt zur Anime-Adaption nicht wirklich, aber nun gut, nun gut, wurde vielleicht sich doch bewusst umentschieden. Also, der sieht schon wesentlich anders aus. Egal, vielleicht ist das ja ganz süß. Es kam auf jeden Fall ein Anime raus und dann geht man natürlich wieder auf die Manga-Jagd, ist ja ganz klar. Aber immerhin ist der Manga das Originale. Vielleicht ist es doch ganz nett. Ein Nen vielleicht, würde ich mal sagen. Ist einfach mal ein vielleicht. So, dann haben wir Koito Nekoto, Salty Dog. Love, a kitten and a salty dog. Also Liebe, ein Kätzchen und ein salziger Hund. I don't know. Ist ein One-Shot, ist ein Boys-Love-Manga von Nenkonen. Schauen wir mal, was die gemacht hat vorher. Vielleicht könnt ihr irgendwas mit dem Namen anfangen. Ich lasse sie noch kurz da. Oh, es geht umschlugen. Okay, und dann mache ich weiter. Wie gesagt, sorry. Mein Output bei dem Thema ist einfach sehr gering. Bevor ich irgendwas Falsches sage, sage ich einfach nichts. Sekai Sasuko Level Up. The World's fastest Level Up. Oh, es geht wieder oben. Level und Action-Adventure-Fantasy-Shonen-Manga. Ja, was soll ich denn dazu sagen, ne? Scheinbar hat es auch eine Novel. Schauen wir mal kurz da drauf. Die Novel ist original richtig. Steht nirgends da, aber, warte mal. 31. März 2021 gestartet. Ja, okay. Die Novel ist das Original. Das ist eine Manga-Adaption. Hier steht Alternativ-Version, aber... Manchmal blickt man das auch überhaupt nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall... Die Novel kam da vor. Und, ja, es ist so ein typischer Light-Novel-Titel halt einfach, ne? Wie da irgendein Dude, der ist super krass. Der ist richtig geil. Der kommt gleich am Anfang auf Level 100. Alle anderen so, oh mein Gott, wow. Zieh deine Hose aus. Ich möchte gerne mal dran. So nach dem Motto, du bist der heißeste Typ auf Erden. Let's fucking go, harem und juhu. Vielleicht tue ich dem Manga jetzt auch Unrecht oder der Novel. Aber es ist irgendwie meistens so ein bisschen eben halt dieses Power-Fantasy-Ding. Und das muss man halt mögen. Und ich glaube auch manchmal, man muss auch so ein bisschen in dem Mindset sein von einem, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen oder sowas, wo das einfach noch irgendwie mehr zündet. Und das ist ja auch in Ordnung, dass es solche Manga gibt. Aber für mich zündet da nichts. Das hingegen zündet für mich sehr. Das hingegen zündet für mich sehr. Ja, denn das hier ist aus irgendeinem Grund. Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal, warte mal. 3p. Ich muss jetzt mal kurz was machen. Weil das stört mich einfach. Was soll denn der Kram hier? Dann gehe ich mal kurz auf Anni-List. By the way, ihr könnt mir auf Anni-List folgen, wenn ihr wollt. So, und dann schauen wir uns das hier nämlich mal etwas genauer an. Mehr so Manga heißt sich auch Anni-List, wer hätt's gedacht. Und zwar, das ist nämlich ein Dreibänder von Katsuaki. Katsuaki ist der Manga, der hierzulande für, äh, Dingens hier bekannt ist, für Manga Love Story oder für Psychic Academy oder für Escaflown. Nicht, du willst schon auf Escaflown die Adaption, sondern der Original-Manga, den viele schlechter finden, was ich auch teilweise verstehen kann. Aber es ist ein anderer Style und es ist theoretisch fast ein anderes Werk. Von daher ist es schon wieder schwierig, es zu vergleichen. Lass uns das begraben. Auf jeden Fall, ich hab ein Artbook von diesem Manga-Kar und ich mag ihn, weil er halt bis heute einen Oldschooligeren Artstyle hat, pflegt und den weiterhin auch auslebt. Und das feiere ich an ihm so sehr, weil das ist auch für Leute, die eben halt ihm wahrscheinlich von Anfang bis Ende folgen, einfach cool, diesen Artstyle zu haben, ohne dass sich da zu sehr was ändert. Es hat sich natürlich schon einiges geändert, auch die Qualität der Zeichnungen sind besser geworden über die Jahre. Das ist auch schön. Aber er hat immer noch einen Oldschool-Artstyle und das ist hier einfach ein, das hab ich schon mal in einem Yosei-Manga quasi gesehen oder in einem, ja doch, Yosei kann man fast sagen, wo es darum geht, dass es um einen Dreier geht, einen wilden Dreier. Und hier haben wir in dem Fall einen dreibändigen Drama-Edgy-Romance-Manga. Ja, da hab ich absolut Bock drauf. Hab ich aber auch hier schon mal auf Planning gemacht, das heißt, hatten wir den dann schon, wurde der auf Deutsch angekündigt? Ich glaub, Panini, oder? Jetzt hab ich gerade, glaub ich, doppelt drüber geredet. Ich seh's grad, weil ich's auf Planning habe. Könnte sein. Also wurde das auch, wurde das auch im englischen Bereich lizenziert. Schade, dass man auch hier wieder sagt, oh, wir nehmen das, weil das halbwegs neu ist noch, 2018 bis 2021, und nichts anderes von ihm mehr irgendwie raushaut und lizenziert. Da sind, so wie der deutsche, so wie auch der englische Bereich, trotz alledem, echt noch immer noch hinter anderen europäischen Verlegen und so weiter, komplett hinterher. Es ist der pure Wahnsinn. Es ist der pure Wahnsinn, wie wir einfach nur noch auf neue Manga uns irgendwie stürzen. Das ist echt traurig manchmal. Aber naja, so ist es nun mal. So, dann kommt als nächstes Inbi-Na-Dokutsu-no-Sono-Okude. Nee, das ist Into the Tentacle Cave. Und, ähm, das ist ein Ero-Fantasy-Manga, wie's aussieht. Und der kommt bei, hier bei dem heißen Part von Seven Seas raus. Und ich muss sagen, yes, yes. Der Artstyle spricht mich sehr an, wenn's eben halt so ein Ero-Echi-Manga ist in dieser Richtung. Ähm, Tentacle weiß ich doch nicht, bin ich jetzt nicht so ultimativ der Fan. Ist jetzt nicht meine Art von Fetisch, muss ich gestehen. Äh, war's auch noch nie. Aber wenn das irgendwie, und das ist ja das Interessante immer bei dieser Art von Manga, dass es tatsächlich in eine gewisse Story auch eingebunden wird. Und wenn dann der Artstyle rockt, kann man da per se nicht viel falsch machen. Ist auf jeden Fall definitiv mal auf der Liste. Äh, Umetane ist der Story-Writer. Der hat die Light-Novel scheinbar dazu gemacht. Yes. Also der Manga basiert auch auf einer Light-Novel, wie's aussieht. Auch wenn hier Alternative-Version steht. Und der Zeichner ist Abi. Wo man mal jetzt einfach aus Sicherheitsgründen mal nicht näher rangeht. Okay. Ja, warum nicht? Also wie gesagt, kommt ein bisschen drauf an, auch wie lang der Manga geht. Es ist jetzt nicht, äh, Priorität One. Aber, man muss bedenken, der, die, die Light-Novel, Light-Novel sozusagen oder der Roman, der existiert seit 2015 und 2021 haben sie sich entschieden, den Manga, die Adaption quasi daraus zu machen. Das könnte auf jeden Fall heißen, dass der, dass die Light-Novel vielleicht am struggeln ist und ein bisschen Werbung braucht. Erstens. Oder aber, dass es vielleicht auch einfach schon längst überfällig war, weil das doch relativ bei Insidern in Japan recht gut ankommt. Das ist manchmal echt schwierig rauszufiltern. Aber, dann ist jetzt zum Beispiel sowas, da sage ich, da sehe ich, äh, da sehe ich zwei, äh, zwei große Bubas und da bin ich am Start. Da bin der, äh, I'm a Simple Man. Ähm, gut, dann haben wir... Ich bin mir manchmal echt nicht sicher. Ja, Saks... Das kam definitiv unerwartet. Ich mag auch hier den Score von, ähm, nice. Sakurada Senpai Kaizo Kekaku. Training Mr. Sakurada. Ich habe das Gefühl, es ist ein Boys Love Comedy und Ero-Manga. Holy shit. Da geht es jetzt aber hier heiß her. Ähm, ich denke mal, das wird, das könnte ein Titel sein, der im deutschen Bereich vielleicht nicht rauskommt. Von, äh, Kaya Asuma. Ich lasse euch auch hier mal die Titel da. Die sehen ja schon sehr fancy aus, muss man sagen. Überwiegend Comedy, beziehungsweise Comedy, aber auch sehr interessante, also gut gezeichnete, künstlerische, künstlerisch wertvolle Cover, auf jeden Fall. Ja. Das ist so, 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 so stellt er sich scheinbar, äh, in den Manga dar, als Manga kam. Okay. Ich habe keine, ich habe keine, ich habe keine Fragen mehr. Äh, nein, das, 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 äh, äh, ich denke, das könnte vielleicht den oder die ein oder andere freuen. Let's go, würde ich sagen. So, dann haben wir Shin, plus, oder plus-sized elf. Plus-sized elf ist schon bekannt im englischen Bereich, existiert, ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade auch wieder halt auch für Amerika, weil das, das begleitet die Nummer einfach. Ähm, und das ist jetzt kein Vorurteil oder so, sondern das sind einfach statistische Fakten. Die, äh, da wissen auch viele, dass es, äh, ein Problem ist in diesem Land. Aber fernab davon, ich will da gar nicht zu tief rein, ich habe da auch nicht wirklich eine Ahnung, ich lebe nicht in Amerika ein und gewirkt. Ne, interessiert mich nicht. Aber es ist nun mal einfach natürlich bewusst so gemacht, dass vieles auch auf bestimmte Zielgruppen geeicht wird. Und im englisch-amerikanischen Bereich ist es natürlich dann absolutes No, äh, also No-Brainer, das, äh, auch sowas in der Richtung reinzubringen. Was ja in Ordnung ist, jeder mag unterschiedliche Körper, äh, Befüllungen in sämtlichen Bereichen des Körpers und was weiß ich. Ähm, darüber, äh, möchte ich nicht sprechen, das darfst, oder soll jeder selber entscheiden. Jeder hat die freie Entscheidung dazu, zu mögen oder nicht zu mögen, was er will. Also, meine bescheidene Meinung. Ähm, und der, der Punkt ist, ich fand das jetzt an sich, also ich habe den Manga angefangen damals. Ich fand den okay, ich fand den aber selten lustig, muss ich sagen, dafür, dass es ein Comedy-Manga ist. Und, ähm, die Edgy-Parts waren doch tatsächlich überwiegend so ein bisschen in die Richtung, wenn du fülligere Mädels magst, dann ist das deine Art von Edgy. Und da muss ich halt sagen, da steige ich halt ein bisschen aus. Da steige ich halt ein bisschen aus, weil das ist einfach nicht, das ist nicht meine Richtung. Ähm, Punkt. Aber ich kenne Leute, die, ähm, lesen das und die sind absolut begeistert davon. Und ich denke, das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt, dass sie, äh, den, das Sequel dazu, äh, gebracht haben. Weil ich denke, das war nicht so selbstverständlich, dass da, weil ich glaube auch, der Manga hat sich verkauft, aber hat sich jetzt nicht gigantisch verkauft. Und dass sie da nochmal das Sequel, äh, bringen, ist auf jeden Fall echt cool. Und, äh, da kann man nur sagen, ja, da kann man nur sagen, das ist eine coole Entscheidung. Und ich wünsche jedem, jedem, jedem viel Spaß, der sich schon auf das Sequel freut. Denn das wird rauskommen, noch dieses Jahr. Und das ist ziemlich cool. Das ist wirklich cool. Ich habe auch vorher überhaupt nicht gewusst, dass es überhaupt ein Sequel bekam. Aka, dass es abgeschlossen ist. Flo hat dir die Manga auf, äh, was war es, Russisch oder Polnisch oder so, äh, geschenkt bekommen. In einem TRX-Video hatten wir das mal thematisiert. Ne? Jetzt hast du die Möglichkeit, vielleicht mal weiterzulesen, falls du an einem gewissen Punkt schon angekommen bist, ähm, ist auf jeden Fall cool. So, und dann haben wir noch ein Cover, das mich sehr anspricht. Shiro Machutsushi wa Yusha no Revel wo agetakunai. The white mage doesn't want to raise the hero's level. Woah, och, man. Okay, es ist wieder ein Fantasy-Level-Gedöns-Manga, aber mit, äh, 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 Edgy-Elementen. Das könnte es eventuell wuppen. Es ist keine Adaption von einer Novel, wie es aussieht. Und der Manga ist, oder hört auf den Namen Kirie. Hat nur eine Anthology zu, äh, Azur Lane gemacht. Ja, vorsichtiges Ja, ne? Sieht ein bisschen nach Shota aus, äh, Shota-Design aus zumindest. So nach dem Motto, wahrscheinlich, wenn die up-leveln oder, äh, oder hochleveln, dann bekommen die wahrscheinlich Muskeln und was weiß ich. Und die White Mage möchte das scheinbar nicht, dass ihr, äh, Buddy hier irgendwie, äh, so Muskelbrotz wird, sondern der soll irgendwie small bleiben. Also, es hat auf jeden Fall diese, es hat diese typischen Ara-Ara-Vibes, ähm, ne? Hier, äh, Big Onesan. Die große Schwester, äh, der große Schwester-Charakter. Ähm, joa. Robert Ruh von Holostars würde es, äh, ich approve das, er würde sich das instant kaufen. Er hat es sich wahrscheinlich schon gekauft, sind wir mal ehrlich. Sind wir hier, kleiner, kurzer Mini-Vitoba-Talk, aber ich bin, ich bin, äh, hundertprozentig Überzeugung, dass er sich das, äh, schon gekauft hat. Ähm, vor allem 2020 existiert der Manga schon. Ich würde mal reingucken. Ich, ich glaube, ich würde mal reingucken. Ich wusste, das war jetzt gar nicht auf meiner Uhr. Ich glaube, ich würde mal reingucken. So, und das, äh, war es mal für Seven Seas. Dann haben wir noch, äh, das, das ist, ähm, da bin ich, äh, unsicher. Titan Comics. Ähm, das lasse ich mal aus, hab ich noch nie mitbekommen. So, dann haben wir Wiz Media. Okay, Wiz Media macht, kann auch interessante Sachen machen, durchaus. Ich achte wieder drauf, dass nirgends wo ein Sternchen ist. Kein Sternchen, kein, ja, das war eine Light Novel, hab dich gesehen. Dann haben wir das noch und das noch. So, Wiz Media. Was hat Wiz Media im Angebot? Hashtag DRCL Midnight Children von, äh, Sakamoto Shinichi. Ähm, brauche ich nichts zu sagen, habe ich schon, äh, in dem, falls ihr es nicht mitbekommen habt, im, äh, deutschen, äh, Video. Zu den deutschen Lizenzen, im deutschen Video. Im, äh, deutschen Lizenzvideo habe ich das schon, äh, erwähnt und, ähm, habe ich auch wieder Bock drauf. Ich denke aber, ich werde mir tatsächlich die englische Variante kaufen, beziehungsweise vorbestellen, weil... Boah, ich weiß gar nicht mehr, was für einen Grund ich hatte, aber ich, ich werde es einfach tun. Achso, ja, weil es wesentlich früher rauskommt, genau. Und ich, äh, einfach immer Bock habe, so schnell wie möglich irgendwas mit Vampiren zu bekommen, weil es mein Ding ist. Und deswegen, let's go. Also, für die Leute, die es nicht wissen, das ist im Grunde einfach eine Adaption der klassischen Bram Stalkers Dracula-Story. Ich weiß nicht, ob es eine 1-zu-1-Adaption ist, aber der Artstyle ist halt amazing, um es mal auf Englisch zu, äh, interpretieren. Und, ja, es ist halt eine klassische Geschichte. Und, äh, als Dracula, beziehungsweise Horror, äh, Horror, äh, ich bin ja nicht mal ein Horror-Fan, aber als Vampir-Fan ist das halt ein absolutes No-Brainer. So, dann haben wir Capuchin Blade of the Moon Princess, das haben wir ja im deutschen Bereich auch schon. Ist es schon draußen oder läuft es noch? Ich weiß es nicht. Ist aber vom, äh, Mangaka von, ähm, Spy Family. Deswegen war das eh klar, dass das irgendwann noch mal, äh, rauskommt. Und, also, eigentlich ist es nicht klar, aber wenn es einen Riesen-Hype hat, dann schaut man scheinbar gerne mal doch in die Vergangenheit rein. Schade, dass man das nie bei Assassination Classroom gemacht hat, aber ich sag dazu nichts. Dann gibt es auf Englisch, äh, und das ist interessant, äh, Goki Nicho Monogatari, Neighborhood Story. Das ist ein Siebenbänder. Ist ein Jojo-Manga, wie es man sieht, von, äh, Aiyazawa. Und, äh, und der Punkt ist, das könnte vielleicht sogar interessant sein, weil zum einen ist es ein Oldschool-Manga, der neu aufgelegt wird, was ziemlich cool ist. Und zum anderen, ähm, ich meine zu wissen, dass der im deutschen Bereich mittlerweile, also ja, erstens mal out of print ist, weil es schon ewig her. Und zweitens glaube ich, da muss man doch das eine oder andere Geldbündel reinstecken mittlerweile. Und wenn es im englischen Bereich neu aufgelegt wird, kann man da, äh, sich vielleicht doch mal was gönnen. Ist natürlich, ihr seht das von der Mangaka, die uns auch, äh, Nana gebracht hat. Oder Paradise Kiss, oder, ähm, wie hieß das nochmal? Irgendwas Mondlicht-Dingsbums. Ich muss allgemein mal ihre Manga konsumieren. Ich glaube, es kommt nicht, da komme ich nicht drum rum. Irgendwann, ich höre ja schon so viele Leute, oh, muss unbedingt, äh, Nana lesen, muss unbedingt Paradise Kiss lesen. Ähm, aber es ist immer so, ich, äh, ich muss so viel noch lesen in der Theorie. Aber ja, das finde ich generell mal, da würde ich mir vielleicht einfach aufgrund der Situation im deutschen Bereich, würde ich mir überlegen, das vielleicht zu holen und einfach mal auszutesten. Einfach mal austesten. Ist ein, ist ein, glaube ich, ein sehr normaler Shoujo-Manga von ihr. Aber warum nicht? 33 Kapitel, 7 Bände, Ribbon-Magazin, die immer für eine gewisse Qualität stehen. Ähm, ich bin mal vorsichtig gehuckt, würde ich sagen. So, dann haben wir natürlich den sechsten Part von Jojo, den werden wir auch irgendwann kriegen. Ich glaube, da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Wir sind zwar noch am Anfang, aber, ja, ich müsste auch mal weiterlesen, aber... Jojo und ich, wir werden, glaube ich, nicht so ganz warm irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also, so richtig geil finden, wird, glaube ich, bei mir echt schwer. Ich werde, ich, ähm, ich finde die Reihe, ich finde die Charakter und so weiter eigentlich ganz cool. Aber so richtig umhauen und so, so richtig mein Style ist es halt echt nicht. Aber, wer weiß, vielleicht eines Tages in Zukunft, wenn ich einen weiteren Part lese, nach Part 1. Ähm, vielleicht wird es dann eines Tages. Aber ja, da brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Das hier ist nur ein kleiner Comedy-Parodie-Manga zu Kimetsu no Yaiba. Natürlich, wie, wie auch bei Attack on Titan und Co. gibt's das halt auch. Ich muss sagen, wenn das so hart auf Chibi gemacht ist und so hart auf lustig und hier der Schulalltag von Charakteren, die normalerweise keinen Schulalltag haben oder so, da muss ich sagen, uff, ich hab mir das damals mal bei Attack on Titan überlegt, weil das, das sah eigentlich vom Konzept her witzig aus. Hab's mir dann grob angelesen und dachte mir, boah, ist einfach nicht meine Art von Humor. Aber ich, ähm, finde das ein bisschen zu forciert. In Japan macht man das wohl gerne, um einfach nochmal Schüler anzusprechen oder weiß der Geier. Aber, nope, nope, das ist, glaube ich, da, 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 pass ich. Dann haben wir Mimi no Kaidan, Mimi's Tale of Terror. Das sieht nach Junji Ito aus. Das ist Junji Ito. Ein One-Shot mit sechs, ja, Kurzgeschichten von Junji Ito. Im englischen Bereich sowieso Junji Ito, Junji Ito, Junji Ito, Junji Ito. Also, wenn ihr Horror mögt und Junji Ito, dann, äh, kriegt ihr Horror und Junji Ito jederzeit. Und da ist dann auch Mimi's Tales of Terror keine Ausnahme. Das finde ich halt auch übrigens super krass. Der wird halt richtig hart gepflegt. Der, der, der kommen Manga zustande. Guckt, guckt euch das einfach mal an. Das hier, das ist einfach, finde ich, eine bodenlose Frechheit, dass man sich immer nur bei diesen hoch verkauften Karätern überhaupt die Mühe gibt, eben halt so alte, in Anführungsstrichen, Manga zu lizenzieren. Aber bei dem Rest nie, ne? Also, es muss immer, der muss immer auf jeden Fall boomen. Und daran erkennt man auch, um es mal einfach mal so zu sagen, Verläge sind nicht eure Freunde und Verläge wollen auch nicht das Beste für die Fans, sondern Verläge wollen euer Geld und mehr nicht. Und das ist einfach leider, was heißt leider, das ist ein klassischer Fakt, weil es ist ein Unternehmen und das Unternehmen möchte Geld von euch. Und wenn ihr krass einem Mangaka hinterherhypt, dann kriegt ihr auch das Zeug. Sobald weniger Leute einem bestimmten Mangaka hinterherhypen, desto weniger ist die Chance, dass die auch mal nach hinten gucken. Ja, ist leider so, ist leider so. Aber, ist auch, wir sind auch selber schuld, man will ja immer nur das Neueste, das Aktuellste, um mitreden zu können, Anime-Adaption von diesem Jahr und so weiter, dass wir auch gar nicht erst in diese Richtung per se kommen. Es ist einfach, wir werden nie, wir werden, ich höre immer manche Leute, die sagen, Ah, irgendwann, es dauert bei uns lange, aber irgendwann wird es soweit sein, dass wir in die Richtung der französischen Märkte und so kommen. Werden wir nicht. Werden wir nicht, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Dazu sind wir viel, also wir im deutschen Bereich, aber auch im englischsprachigen Bereich, trotz alledem, auch wenn der es ein bisschen besser macht, ist er wirklich so ein schmaler Grad. Wir sind einfach zu sehr fokussiert auf das Aktuelle, auf die Gegenwart. Alles, was, da, da ist es neu, das Neue, das Neue ist neu, sieht man auch in Crunchyroll und so. Leute gucken sich kaum alte Serien an, weil sie einfach nur die Seasons abklappern. Seasons, 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 Seasons. Und das ist jetzt einfach so, Leute machen das halt, da kann ich auch, wenn ich jetzt darüber rede, nichts dran ändern. Und ich konsumiere ja auch gerne neue Sachen, ich meine, da bin ich ja mit dran schuld. Aber das ist einfach so, das Ding einfach, wir schaffen das einfach wahrscheinlich auch nicht, irgendwas Älteres anzubieten, weil die Leute dann sagen, von wann ist der Maga, 2002, warum sollte ich das lesen? Warum sollte ich das lesen, wenn die doch auch Manga lizenzieren, die gerade aktuell am Zahn der Zeit sind? So ein Quatsch, ja, und mit der Einstellung werden wir nicht wie Frankreich, Italien und Co. Das können wir uns knicken. Wir werden auch kein Manga, äh, Comic-Land. Das, das wird einfach nicht passieren. So, aber genug dazu, Sakura Saku, Love Will Be In Full Bloom. Ein Jojo-Manga von Saki Sakaiyo. Sieht aus wie ein Jojo-Manga. Ja, hat jetzt, äh, visuell ein Gesicht drauf und eine schöne Schrift. Ein paar Self-Farben, die ich schön finde. Ansonsten, ähm, relativ nichts aussagend. Aber es ist die Mangaka von Aoharu Ride oder Blue Spring Ride, wie es bei uns heißt. Und Strobe Edge, ich glaube, ein Manga, der schon ewig nicht mehr nachgedruckt wurde und so weiter. Wäre vielleicht auch mal, äh, ich weiß nicht, eine Möglichkeit. Und das ist wohl, oh, die hat einiges sogar, ne? Also, hey, da könnte man nochmal reingraben, theoretisch. Aber auch hier, äh, Blue Spring Ride hat sich fantastisch verkauft. Und wir, wir sind nicht, wir haben uns nicht eines von diesen älteren Werken hier geschnappt. Das ist echt brutal. Also, und es gab sogar Reprints. Es gab sogar eine neue Edition, also neue Edition ist übertrieben. Aber es wurde halt nochmal rausgebracht quasi und, ja. Aber ich denke, ich denke, so im, 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 im deutschen Verlagssinne, man schnappt sich auf jeden Fall Sakura Saku. Bin ich hundertprozentig überzeugt, weil das das neueste Werk ist. Da, deswegen wird's geholt. Also, man schaut wieder nur nach vorne. Und ich denke, das wird im deutschen Bereich auch lizenziert. Blue Spring Ride nie probiert. Und, ähm, ich glaube, ich hab ein Band hier irgendwo, ich wollte mal reinlesen, hatte dann aber irgendwie keine Lust. Ich hab's mir auch nie selber gekauft, sondern ich hab's irgendwie mal, das war irgendwie bei so gebrauchten Manga irgendwie dabei. Und dann hab ich's halt mitgenommen. Ähm, ja, weiß nicht, ob das meins ist. Aber, wie gesagt, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir das im deutschen Bereich auch bekommen. Nur wann? I don't know. Vielleicht wurde's ja schon angekündigt, vielleicht hab ich's grad vergessen, dass es angekündigt wurde. Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten, ja, denke ich, einfach ein bisschen warten und dann kriegen wir das auch. So. Tako Pi, no, Jensai. Tako Pi's Original Sin ist ein Manga aus der Shonen Jump Plus. Also dem digitalen Bereich von der Shonen Jump, die ein bisschen andere Manga machen, die ein bisschen härtere Manga, auch teilweise auch von der Thematik her und so machen, die nicht so ganz in die Weekly Shonen Jump mit One Piece und Co. reinpassen. Und, ja, es sind zwei Bänder, es ist ein Drama Science Fiction Manga mit einer hohen, ja, ich sag mal Psychological Ebene, das heißt, sehr viel Druck. Ihr seht, allein schon auf dem Cover wird geheult. Das heißt, die Emotionen sind hoch. Und, ähm, ist ein Shonen Manga tatsächlich, aber der soll halt so krass gut sein. Der hat auch einen Preis bekommen und all das, aber es ist nur ein Zwei-Bänder. Und ich weiß nicht, was ich von halten soll, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite, äh, sagt jeder und sein Hund, äh, bitte lesen, ist fantastisch. Auf der anderen Seite bin ich so, äh, der Meinung, also, wenn allein schon mein, das Cover mich anheult, dann ist es natürlich schon vorprogrammiert und forciert auf jeden Fall, dass das in diese Richtung geht. Ihr werdet heulen, wenn ihr diesen Manga liest, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und da weiß ich noch nicht so ganz, ob ich wirklich auf einen Manga Bock hab, der mich aktiv zum Heulen bringen wird. Wisst ihr, was ich meine? I don't know, das ist irgendwie nie mein Ding. Wenn ich weiß, schon in vornherein so, okay, das, da wirst du rotzen, Wasser heulen, I don't know. Ich bin, ich, dann doch lieber ein Comedy-Manga, bin ich ehrlich. Aber ich glaub halt, es wird ein fantastischer Manga, egal ob auf Deutsch oder Englisch. Ich denke, wir werden den auf Deutsch auch noch bekommen oder, vielleicht hab ich's auch schon wieder vergessen. Es tut mir leid, ich, ich vergesse, es sind so viele Manga, auch gerade auch wie viele Manga im deutschen Bereich dieses und nächstes Jahr lizenziert wurden. Es ist Hammer. Das ist so viel, ich kann mir das nicht alles merken. Aber, fernab davon, ist ja egal, für welche Seite ihr euch per se entscheidet. Ich denke, das ist ein guter Kauf. Mit zwei Bänden kann man da nichts falsch machen. Und es hat einen Preis bekommen, es ist im Gespräch, ich denke, nicht ohne Grund. Und deswegen könnte das schon was werden. Taisan 5 hat übrigens noch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel auch, das möchtet ihr einfach mal nur kurz in den Raum werfen, und zwar das hier. Das läuft nämlich dann in der Shonen Jump, nicht in der Shonen Jump Plus, sondern hat's in die Shonen Jump geschafft, der Ichinose Family's Deadly Sins. Und das ist ein Drama-Mystery-Shonen-Manga. Der läuft momentan aktuell und der soll auch ziemlich gut sein, tatsächlich. Also, der, die Manga kam, hat auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft. Aber, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Ich denke, den werden wir auch in irgendeiner Form sehen, in Zukunft. Und der wird wahrscheinlich auch eine Anime-Adaption bekommen. Gehe ich fest davon aus. So, dann haben wir noch, zu guter Letzt, Tamon-kun Imadochi. Das ist ein Shoujo-Manga, Comedy-Romance, mit einem Typ, der wohl eindeutig der Fokus ist. Und hier hinten ist so eine kleine Dame. Abgebildet. Also, man sieht, wer angesprochen werden soll, in erster Linie. Aber, das ist ja auch okay. Hana to Yume, ja. Yuki Shibasu ist die Mangaka. Die hat auch, ach was, oh, 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 jetzt wird's aber interessant. Jetzt wird's aber interessant für mich. Muss ich mal noch weiter sammeln und, oder vor allem beenden. Aber, das ist hier Takane to Hana, beziehungsweise Takane und Hana. Ja, das haben wir ja auch im deutschen Bereich. Das ist ein, 18 Wände hat das. Oh mein Gott, ich muss mal, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss das mal wirklich. Oh, Homelie ist nicht schon wieder out of print oder so ein Mist. Meine Güte. Oh, das hab ich komplett vernachlässigt. Muss ich mal weiter sammeln. Dabei hab ich so vielen Leuten empfohlen und die finden's alle voll geil. Und ich bin derjenige, der's noch am wenigsten gelesen hat von allen. Das ist manchmal echt ein Graus. Äh, Takane und Hana, äh, Takane und Hana, äh, absolut fantastisch. Kann ich jedem empfehlen. Es ist super unterhaltsam. Zwei absolut grandiose Charakter für einen Shoujo-Manga. Der, in der heutigen Zeit, es ist ein absolut unterhaltsamer, toller Shoujo-Manga, der auch wirklich witzig ist und schöne Situationen hat. Sich ab und zu mal ein bisschen wiederholt, aber nicht zu sehr bisher. Und, ähm, ich hab da wirklich Bock drauf. Ähm, und wenn diese Manga-Car, diesen Manga hier raushaut, eventuell könnten wir den auch bekommen. Ich weiß nicht, inwiefern der Takane-Hana-Manga sich verkauft hat, so letzten Endes. Aber, das könnten wir wahrscheinlich auch bekommen. Und das sieht an sich schon allein die, das Cover, allein schon das Cover sieht sehr gut aus. Einfach weil das Mädel so komplett in den Hintergrund, so nach dem Motto, ey, ich bin auch noch da. Das, es hat schon mal genau wieder diese Comedy-Vibes. Ähm, ich bin, äh, vorsichtig interessiert. Ich würde da wahrscheinlich aber auch mal gucken auf den, äh, deutschen Release vielleicht. L-Lunzen. Aber das könnte potenziell auch noch angekündigt werden für vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Sollte es allzu lange dauern, könnte man sich auch den englischen Release überlegen. Cool, auf jeden Fall sehr cool. Das gefällt mir. Das ist, äh, das war jetzt ein überraschender Shoujo-Pick. Ui, äh, und jetzt haben wir noch Yen Press zu guter Letzt. Ähm, die sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil die haben ein großes Problem mit Nachdrucken. Das kriegen die irgendwie nicht so gut hin. Ähm, ja. Punkt. Und deswegen, wenn euch da was gefällt bei Yen Press, sofort kaufen und aktiv kaufen. Die haben euch da instant schon an den Eiern, leider, mit ihrer Philosophie. Aber sie geht halt auf und deswegen machen sie es weiter, ne? Natürlich, klar. Weil Geld, Geld, Geld. Sparen, sparen, sparen. Ist leider echt ein bisschen, äh, so ein, so ein echten Hit-and-Miss-Verlag leider im englischen Bereich. Aber wir schauen mal, was es da so gibt. Ich hab fast das Gefühl auch, ich muss den englischen, äh, Bereich tatsächlich in zwei Parts aufteilen. Äh, Q1 und Q2, weil, holy shit. Das war viel. Das war wirklich viel. Ähm, ich muss noch nicht arbeiten. Also ich krieg den zweiten Part auch noch aufgenommen, aber danach muss ich instant an die Arbeit. Das ist echt... Aber ich mach's für euch. Wenn's euch gefällt, bis hierher, äh, würde ich mich über eine positive Rückmeldung freuen. Ja, so, dann schauen wir mal weiter. Ja, hm, das hier ist, äh, da, dann haben wir das. Das ist eine Light Novel, Light... Oh, es sind aber viele Light Novels hier gerade. Light Novel, keine Light Novel. Keine Light Novel, keine Light Novel. Light Novel, Light Novel, keine Light Novel. Warte. Mhm. Okay, okay. 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 Auch das Light Novel, keine Light Novel, Light Novel. Interessant, dass wir auch, dass die auch Anthologies jetzt raushauen, so langsam. Das ist auch echt interessant. Äh, Light Novel und keine Light Novel. Alles klar, dann schauen wir uns mal, wir haben wieder Amazon Japan am Start. Äh, oh, 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 oh. Boku no Tsugai wa Neko Shinchi. My fate, Entschuldigung, my mate is a feline gentleman. Oder feline gentleman. Mein, äh, mein buddy, mein, 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 mein Stecher ist eine, ein, 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 was hat, was, was gibt's denn deutscher Begriff für verliehen? Nee, oder? Also, ist ein Katzen-Gentleman quasi. Man sieht's ja. Also, Furry-Action am Start. Ist nur ein One-Shot, ist ein Boy's Love natürlich. Natürlich, hätt's auch gedacht. Äh, ist ein Boy's Love-Titel von, äh, Adata Asanae. Falls ihr davon irgendwas kennt und ihr dem Furry-Genre nicht abgeneigt seid, dann ist das vielleicht genau euer Ding. Jo, mehr bleibt mir da auch nicht zu sagen. Ist auch jetzt keinerlei King-Shaming von mir, weil ich definitiv die, äh, Faszination dahinter sehe, weil wir, also, die, beziehungsweise, das ist animalische, beziehungsweise die Art, wie man einfach mal einen Charakter komplett anders zeichnet, ähm, durchaus attraktiv und interessant sein kann. Es kommt ein bisschen auf die Zeichnung an, meiner Ansicht nach, und inwiefern, wie viel Tier letzten Endes drin ist, weil wir sehen hier schon, natürlich haben wir Tierelemente drin, aber wir haben immer noch recht mensch-, vergleichlich menschliche Züge und auch eine Statur und so weiter. Und, ähm, da kommt das Gehirn dann meistens auch so ein bisschen durcheinander und sagt sich dann, das, wie bei mir mit, äh, Cross-Tracing-Manga, da sagt es mir so, da kommt dann irgendwann der Punkt, wo es sagt, ja, komm, eigentlich ist doch scheißegal, ist es, es ist, es ist, es ist, es ist gezeichnet, es ist nicht echt, das ist, äh, go for it. So, nach dem Motto, und ich denke, das kann sicherlich, äh, unterhaltsam sein. Es ist nur auffallend, dass diese Art von, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Furry-Manga immer nur so ein Band sind oder sowas und irgendwie überwiegend auch Boys Love sind aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was Boys Love und Furry so viel, warum die immer so Matchmade in Heaven sind, aber es ist irgendwie ein Ding. Gut, machen wir aber weiter, dann haben wir hier, okay, gut, da, glaube ich, da können wir uns, äh, drauf einigen, das, ähm, brauchen wir jetzt nicht irgendwie groß, äh, ergoogeln. Das ist, äh, ist natürlich eine tolle Übersetzung hier, ähm, ach so, ja, Englisch, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist, äh, absolut, äh, warte mal kurz, äh, warte mal kurz, äh, andere Sprache auswählen. Das ist natürlich japanisch, äh, äh, by the way, der Übersetzer, der automatische, der ist so katastrophal, weil du kannst einspeichern, dass für diese Webseite immer übersetzt wird und nachdem du dann irgendwie, keine Ahnung, rausgehst und wieder reingehst, äh, sagt der wieder automatisch erkannte Sprache Englisch und denkst dir, auf einer japanischen Seite erkennst du Englisch. Ist dein fucking Ernst so, das ist echt nervig, hm, so, nein, du sollst, äh, versteh es doch bitte, du sollst aus dem japanischen immer übersetzen, das bringt, by the way, gar nichts, äh, aus dem japanischen ins japanische, nein, und zwar ins, am besten deutsche, wenn's geht. Kriegen wir das hin. So. Der Teufel ist ein Teilzeitbeschäftigter. Ja, 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 es ist, es passt. Eine, äh, 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 tatsächene Comic Anthology, also eine Sammlung aus mehreren Mangaka, die eine, ein Kapitel, ein Side-Story-Kapitel für, äh, The Devil is a Part-Timer, glaub ich heißt das, oder? Äh, äh, gezeichnet haben und das ist gerade im englischen Bereich halt echt super beliebt, diese Reihe. Und, ähm, ich find's interessant, weil wir kriegen nicht wirklich Anthologies, was teilweise echt schade ist, weil man dadurch auch den einen oder anderen coolen Mangaka kennenlernt, den man vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber, ähm, ja, es sei wie es sei, noch drei unterwegs, weitere sind unterwegs, äh, drei auf Lager, weitere drei sind unterwegs. Könnte ich mir jetzt direkt einen Warenkorb kaufen, äh, legen für 792 Yen, aber, äh, ist da ein bisschen schwierig mit den Versandkosten, ne? Ja, aber generell interessant auf jeden Fall, dass es das im englischen Bereich jetzt scheinbar auch ein bisschen mehr gibt. Würde mir auch beim deutschen Bereich die eine oder andere Anthology wünschen. Es gab aber auch schlechte Beispiele, wie zum Beispiel High School of the Head, was nur lustig war. Es gibt halt wirklich auch so Sachen, wo man sagt, ja, beziehungsweise High School of the, war High School of the Head eine Anthology? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder war es dieses Tri-X? Ja, ich glaube eher, das war das. Es gibt halt auch Hit and Misses so auf jeden Fall, ähm, Monster Musume fand ich als Anthology auch cool. Ja, also es kann, es kann cool sein auf jeden Fall, würde ich damit sagen. So, dann haben wir Imitation. Sein Romance, oh, es ist ein Manwar sogar, okay. Okay, ich wollte jetzt hier den Manwar-Markt jetzt eigentlich hier nicht reinbringen, aber wenn er halt da ist von Kyunran Park. Immer diese, immer diese, diese Parks in den, äh, bei den Manwar-Mangakas auch schon irgendwie hier und da aufgefallen. Park ist scheinbar echt so ein Ding. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Ich bin eher nicht so der Manwar- oder Manwar-Freund. Ich, äh, konzentriere und da fokussiere mich in erster Linie auf Manga. Aber wie ihn das freut, schauen wir mal kurz, was er sonst noch, okay. Äh, es gibt bisher nur Imitation, hat zwölf Bände. Ist ein Manwar. Ich werde dazu jetzt nicht allzu viel sagen, weil ich dazu auch nichts, nicht so viel sagen kann. Dann haben wir Realist Mao ni Yoru Seiki naki Isukai Kaikaku. The Reformation of the World as Overseen by Realist Demon King. Ist wieder ein sehr langer Titel, wird wahrscheinlich, jupp, auf einer Light Novel basieren. Ist ein sehenden Manga, Action Fantasy. I don't know, das ist dann auch wieder so eine Kategorie. Da muss ein paar Bände rauskommen, ich muss ein paar Cover sehen. Als sehenden Manga kann sowas ganz interessant sein. Ich mag so ein bisschen, ist das eine Mate? Ich mag Mates eigentlich ganz gerne, aber... Ich weiß es nicht. Es ist super schwer für mich einzuschätzen. Äh, der Zeichner ist Suzuki Manatsu. Den kann man kennen aus... Nichts, was wir auf jeden Fall kennen. Hörs gut. Und Hata Ryosuke ist ein Light Novel Autor. Der hat... Wow, einiges auf der Uhr. Aber nichts, was ich kenne. Okay. Boah, mehr... Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann haben wir Seicho-sama. Ie, Torisugari no Mama... Mammono... Mammono tsukai des... Setai Muteki no Seicho wa... Mofumofu to tabi wo suru. Okay. Und dann auf Englisch heißt es Saint? Nope. Just a monster tamer passing through. Passing through. Das sieht, ehrlich gesagt, ziemlich süß aus. Basiert auch wieder auf einer Light Novel, wie es aussieht. Schauen wir mal kurz März 5... Mofumf... 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 Wow, der Manga ist... Ne, warte mal. Der Manga ist sogar noch vor der Light Novel rausgekommen. Das ist seltsam. Ich habe das Gefühl, das wurde vertauscht. Ähm... Aber das sieht eigentlich ganz süß aus. Aber es ist halt wieder eine Adaption von einer Light Novel. Und das ist immer so... Es ist Hit und Mist. Es kann halt auch... Also so Novel-Adaptionen können unter anderem echt cool sein. Die können aber auch... Langweilig sein. Oder beziehungsweise nicht gut. Und... Weil zu viel fehlt einfach. Oder man das Gefühl hat, dass es einfach nur ein großes Werbeding ist. Schwierig. Ich finde sie ganz trollig, ehrlich gesagt. So vom Design her. Comedy, Fantasy... I don't know. I don't know. Es ist schwierig wieder mal. So, schauen wir uns erstmal die Storywriter an. Der hat auch wieder einige... Uh, das ist... Uh, okay. Instant interessant auf einmal. Das ist der Storywriter von Wanwan Monogatari. Ähm... Das ist dieser Manga von diesem Hund. Der... Quasi... Äh... Als Feendrier. Also als ein riesiger, plüschiger, flausche Hund. In der Fantasy-Welt wieder geboren wird. Und ähm... Da sein Leben führt. Und den Manga... Die Manga-Adaption davon finde ich ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam. Richtig gut. Ich meine, allein schon... Ich gebe euch nur ein Beispiel. In... In dem zweiten Band, was glaube ich... Gibt es... In diesem Fantasy-Setting. Mit diesem riesigen, flauschigen Feendrier. Eine... Absolut... Lustige... Äh... Anspielung. Beziehungsweise Parodie auf... Fucking Initial D. So mit... Um die Ecke grinden und so. Come on. Das war fantastisch. Dementsprechend... Ja. Den Manga holte ich mir auch immer mal wieder. Wenn ich gerade... Wenn ich gerade irgendwie halbwegs... Äh... In einem... Günstigeren Preis finde. Ein, zwei Euro günstiger als sonst. Dann äh... Schnappe ich mir den immer. Und ähm... Bisher hatte ich immer eine gute Zeit. Deswegen... Habe ich schon ein bisschen... Mehr Bock drauf. Wer ist der Zeichner? Okay. Der Zeichner ist neu scheinbar. Ha. Ist vielleicht doch ein... Ein... Gutes vielleicht. Auf jeden Fall. Muss nicht sofort sein. Aber es könnte... Da würde ich vielleicht noch ein paar Bände... Und Cover abwarten. Aber... Äh... Also... Wanwan... Äh... Monogatari war schon... Ist schon ziemlich cool. Ehrlich gesagt. Also... Kann man sich mal auf die Uhr legen. Silent Witch... Chinmoku no Macho no Kakushigoto. 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 Ja. Okay. Secrets of the Silent Witch. Ich meine, das haben wir auch schon lizenziert bekommen im deutschen Bereich, oder? Mir kommt das... Kam war so bekannt vor. Mh... Joa... Achso, es war Altraverse, glaube ich, sogar. Ja, ja, ja. Es war Altraverse sogar. Ja, das ist ein Shoujo-Manga tatsächlich. Mit einer Hexe. Äh... Und sonst... Das basiert auf einer Light Novel. Das wusste ich noch nicht. Das weiß ich jetzt. Und Zeichner. Und sonst... Ja, gibt es nicht allzu viel darüber zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es jetzt gerade nicht mal einordnen, ob das für mich was Interessantes wäre oder nicht. Das ist... Die Zeit wird es zeigen. Rose Gun Days Aishino Cross Knife. Rose Gun... Rose Gun Days Sorrowful Cross Knife. Okay. Rose Gun Days ist ein... Ihr kennt es hier vielleicht grob. Ryokishi 07. Ich weiß gerade nicht, wie man das nochmal ausspricht. Ist ein sehr bekannter Autor, weil er die Higurashi no Nakukoroni, Umineko no Nakukoroni und eben halt auch unter anderem Rose Gun Days erfunden hat. Und Rose Gun Days kommt in erster Linie, glaube ich, nur in Mangaform raus. Und Yen Press ist dafür bekannt, eben halt diese Reihe zu... rauszubringen. Das ist ein Hit and Mist. Manche mögen es, manche nicht, weil es halt schon ein anderes Setting ist und weniger dieses Horror-Setting hat wie die anderen Teile. Aber der Ryokishi ist halt natürlich dafür bekannt, trotzdem grandiose Storylines zu bringen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Rose Gun Days ist, ob man sich das auf den Zahn legen kann als Ryokishi-Fan, ob man das Geld reininvestieren sollte, weil das sind, glaube ich, schon ein paar Bände und Spinoffs und was weiß ich. Also da geht man auch schon tief in eine Welt rein, die viel zu bieten hat. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ready für sein im Kopf, weil wenn du anfängst, dann wird es immer mal wieder was geben, wie man hier zum Beispiel sieht. Und Yen Press delivert, aber Yen Press delivert auch in einer anderen Hinsicht und zwar dem Nichten nachdrucken, wie bereits erwähnt. Und das macht das Ganze dann schwierig, ne? Also ich habe immer mal wieder damit geliebäugelt, aber dann war es out of print, dann waren manche Bände nicht da. Ich sage mal, wenn ihr in Amerika oder Co. lebt, dann habt ihr es eigentlich recht gut, weil scheinbar haben die da jetzt so eine Funktion oder so ein Angebot, dass sie in ihrem eigenen Shop Aktionen machen, wo sie Manga nachdrucken, aber sie ignorieren komplett ihren europäischen Käuferbereich sozusagen. Also um es mal so zu sagen, sie geben einen kompletten Fick auf uns und legen einen richtig schönen Haufen auf die Leute, die schon lange, lange Zeit Yen Press Manga gekauft haben und drucken es nur für amerikanische Leser nach, was eine sehr, sehr tolle Aktion ist. Immer noch sehr, sehr begeistert davon, dass sie Umi Neko sowie auch Higurashi nachgedruckt haben. Kein Scherz, kein Scherz für die Leute, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ist das vielleicht sehr unangenehm zu hören. Haben die nachgedruckt, die Leute haben sich sehr gefreut. Aber America only. Yep, yep, America only. America first oder fuck yeah oder was auch immer. Und dementsprechend guckt der Rest dumm in die Ecke. Weil das ist auch nicht mal so, dass man da jetzt irgendwie so anderweitig drankommt, sondern das ist einfach schlicht und ergreifend, ihr braucht einen amerikanischen Account für diese Webseite und wahrscheinlich auch hier, wie ich mitbekommen habe, amerikanische Visitenkarte oder sonst was, um da überhaupt einkaufen zu können. Und die verschicken es dementsprechend auch nur in Amerika herum und nicht außerhalb. Das ist ein ziemlicher Mittelfinger gewesen für die ganzen Leute. Und ich bin mir sicher, dass der europäische Markt auch einen Teil dazu beitragen hat, bei Yen Press einzukaufen und den ignorieren sie jetzt einfach. Einfach mal kleiner Funfact, warum ich diesen Verlag nicht so sehr mag. Weil mir wird wahrscheinlich auch gerne vorgehalten, dass ich nur kritisch gegenüber deutschen Verlägen bin. Und nein, das stimmt nicht. Es kommt immer darauf an, was die Verläge so machen. Auch Seven Seas hat keine reine Weste, keine Frage. Aber das als Konsument zumindest, stört mich das am meisten. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Rosegun's Days ist sicherlich ganz cool für die Leute. Das sind zwei Bänder, das ist ein Spin-Off oder beziehungsweise kein Spin-Off, sondern, wie nennt man das, eine Side-Story. Und ich denke, das ist ganz cool. Würde ich auch gern mal reinschauen, aber wie gesagt, tue mich da ein bisschen schwer mit Yen Press. So, dann haben wir Dore ga koi ga wakaranei. I don't know which is love. Das ist ein Girls' Love Manga. Sieht ganz süß aus. Aber ist halt Girls' Love und dementsprechend kann ich damit dann doch nicht allzu viel anfangen. Ist der Manga Tamamushi Oku? Hm, das hatten wir doch, glaube ich, auch schon im Deutschen, oder? Wurde das nicht im Deutschen auch lizenziert? Wahrscheinlich schon, weil das ist unter anderem, war sie oder er bei Eclair, bei dieser Eclair Anthology dabei, die wir auch im deutschen Bereich haben. Dementsprechend denke ich mal sogar, dass das hier von Altraverse lizenziert wurde. Gehe ich mal fest davon aus. Ansonsten, joa, joa, ich meine, allzu viel Info kriegt man jetzt hier auch, nicht? Ist halt ein Girls' Love Manga. Ich hätte jetzt fast gesagt, es hat so Gyaru-Vibes. Es könnte auch sein, dass es ein Gyaru ist, aber... Ich weiß ja nicht. Für mich ist es auf jeden Fall jetzt erstmal so auf den ersten Hinblick nicht. Aber, was nicht ist, kann ja noch werden. Man weiß es ja nicht. Game of Familia, Kasuko Senki. Game of Familia, Family, Senki. Okay. Das ist ein... Warte mal, basiert das auf irgendwas? Oh nein, tatsächlich mal ein Original-Manga. Wow, wow. Ist natürlich wieder ein Isekai. Immerhin aber mal ein... Was ich immer wieder sagen muss, wenn es ein Manga-Isekai ist und nicht auf einer Light Novel basiert, vielleicht ist es dann mal doch was Interessanteres. Aber Action-Adventure-Fantasy-Erotika. Oh, da... Ich bin ganz over. Was ist eigentlich Erotika für ein dummes Genre-Werte-MyAnimalist? Ist euch das schon mal aufgefallen, das war auch bei Anisearch so, dass die irgendwann mal angefangen haben, bekannten Genre oder gängigen Sachen einfach einen anderen Titel zu geben, eine andere Bezeichnung oder die wegzulassen, weil sie sagen, also für mich ist es keine Bezeichnung eines Genres oder sowas, wo ich mir immer nur so gedacht habe, ja toll, jetzt mach das Ganze und das ist einfach noch schwieriger zu finden. Danke dafür. Ist mir schon immer über die Jahre immer mal wieder aufgefallen, dass da immer wieder Wörter verschwinden, ersetzt werden oder gar einfach gar nicht mehr auftauchen, weil sie sagen, ja, das ist ja irgendwie da mit drin. Und du denkst dir, da ist aber sehr viel mit drin. Und wenn ich wirklich konkret nach bestimmten Dingen zum Beispiel suchen möchte, dann ist mir das nichts möglich, sondern da ist an alles außenrum halt auch mit dabei. Und das finde ich so unfassbar ätzend einfach. Was zum Teufel soll dann Erotika sein? Wenn das ein Shonen-Manga ist, kann das ja wohl unmöglich ein Ero-Manga sein. Dann ist das, dann ist Erotika wohl edgy, wie, denke ich mal. Warum nennt man es nicht edgy? Jeder kennt das unter diesem Begriff. Warum Erotika? Es ist so unnötig. Niemand wird auf den Trend kommen und sagen, oh, ein Erotika-Manga. Niemand wird es sagen. Aber ich glaube, das bedeutet edgy einfach. Man könnte es auch einfach so nennen, ne? Naja. Naja, ist das ein Grund, warum ich bei Adilis bin. So. Ähm, ja. Ja, I don't know. Ehrlich gesagt. Ich meine, die Dame hier sieht ganz nett aus, aber so viel vom Cover sieht man jetzt hier momentan auch noch nicht. Hm. Der Artstyle ist von DP. Jo, da hat aber einiges gemacht hier. Holla, die Waldfee. Ähm, ich kenne aber nicht wirklich viel davon. Aber eine Anthology zu Maui, Maui, Maui Yusha ist natürlich, äh, respektierbar auf jeden Fall. Ich meine, Trash kann man, glaube ich, so grob kennen. Das hat er scheinbar gezeichnet. das könnte vielleicht für Leute interessant sein, die Trash, äh, wobei, das sieht nicht mehr so in, es hat auf jeden Fall einen anderen Vibe, sage ich mal. Definitiv, auch die Charaktere sehen wesentlich, äh, anders aus, Körperstruktur her und so weiter. I don't know, das ist vielleicht dann doch nicht dasselbe, für die Leute, aber, naja gut, na gut. Und, äh, Storywriter ist, äh, Mikoto Yamaguchi, der hat, äh, Tomodachi Game, im, oh mein Gott, Dead Tube, okay. Die Story zu Mark and Key gemacht? Oh, der hat die Story zu, oh, wow, oh, oh, nice, okay, okay, der könnte interessant sein, tatsächlich, der Manga, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich meine, Dead Tube, da können wir drüber streiten, ähm, aber, Tomodachi Game, fanden doch einige ganz nett, oder? Äh, Mark and Key, muss ich sagen, ist deswegen auch so gut, weil die Story relativ Spaß macht, also, weil, weil das da mehr um, also, um mehr geht, als nur um, um Edgy, und, also, und auch wirklich doch halbwegs gut inszeniert wird. Dementsprechend, bin ich da schon angetan, und ich habe ja auch eine Review auf diesem Kanal hier zu, äh, Scumbag Loser gemacht, äh, Seiteheno Otoko. Das ist auch ein richtig guter Manga gewesen, ein guter Horror Manga, äh, äh, der hat Spaß gemacht, äh, ähm, 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 bin ich doch jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen gehuckt. Manchmal, Entschuldigung, manchmal kommt das auch echt so ein bisschen auf die, äh, Kombination an, und wenn, wenn man sagt, oh, Charakter, ist jetzt so ein bisschen, oh, Ise Kalkai, I don't know, aber wenn dann jemand dahinter steckt, ein Autor, wo, wo der schon die zwei, drei Mal abgeholt hat, dann muss ich sagen, bin ich doch wieder recht interessiert, tatsächlich. Ja, ja, und, und das, das sieht auch, ehrlich gesagt, für mich nach einem Manga aus, den wir so nicht bekommen, hab ich ja auch so im Gefühl. Äh, das sieht nach einem Manga aus, den wir nicht bekommen, der eher so ein englischer Bereich Manga wird, und ich denke, der hat gute Chancen, dass ich mir den hole, tatsächlich, oder mal reinschaue. Gute Chancen. Jetzt, jetzt hab, bin ich auf einmal mehr hooked, manchmal, so kann es gehen, ne? So, dann haben wir, Egeki Choban Mahou Shuchou Madoka Magika Shinpen Hankyako no Monogatari, also ist das im Grunde The Movie Rebellion, ähm, ich, ich sag's wie es ist, es sind diese Adaptionen der Serie, äh, ich finde, diese andere Sache viel spannender, es gibt ja so andere Madoka Sparten, die andere Magical Girl Witches und so weiter thematisieren, in anderen Zeitepochen und so weiter, und das ist cool, weil das nämlich das ganze, äh, die, die, die ganze Welt und so weiter erweitert, ich muss Madoka immer noch mal endlich schauen, das, das wird irgendwann mal ein Ding, ich, 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 ich sag's euch, ich hab's schon mal irgendwo auf dem Kanal gemacht, aber das war komplett halb arschig, und, das braucht man auch nicht mehr schauen heutzutage, ich verspreche's euch, ich werd, Madoka Magica auf jeden Fall eines Tages mal richtig, richtig hart durchnehmen, den Anime, den Anime meine ich, Phrasing, und, ähm, werd auch hier und da eben halt auch, ich werd mal ne Madoka Magica Woche, glaub ich, nicht machen, das ist ne gute Idee, wisst ihr was, das motiviert mich dann auch mal das durchzuziehen, und dann hol ich mir die Spin-Off Manga, und werde die auch noch vorstellen, und vielleicht find ich noch ein Game, oder irgendwas Kurioses, und das stell ich auch noch vor, ich glaub, da hab ich Bock drauf, das, 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 das lieg ich, das lieg ich mir auf dem Zahn, aber diese Adaption von dem, von den Filmen, oder von der Serie per se, ich muss sagen, das brauch ich nicht, das ist dann irgendwie, I don't know, ich mein, das ist dann nur wirklich was für Hardcore Madoka Fans, die sagen, oh, ich muss das gleiche jetzt nochmal in Mangaform lesen, was fast eins zu eins, halt umgesetzt wurde, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, aber für die Leute, die es wollen, es existiert, aber natürlich nur im englischen Bereich, denn im deutschen Bereich, haben wir glaube ich nur, haben wir glaube ich nur einen, also den Madoka Manga, glaube ich, der eins zu eins die Serie wiedergibt, und das war's, das waren glaube ich ein Dreibänder oder sowas, habe ich damals Flo geschenkt, weil ich einfach, ich, ich konnte damit einfach nichts anfangen, ich fand das viel zu okay-isch, nur, und natürlich, ich meine, ich kannte dann auch schon ein bisschen was von der TV-Serie, und es ist nicht mal, es ist nicht mal vergleichbar, wirklich, es ist ein, es ist einfach das, nee, einfach keine gute Adaption, beziehungsweise, es geht, würde auch fast gar nicht gehen, weil der, die Serie ist einfach so mächtig, und beeindruckend, und visuell interessant, du, 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 du schaffst es gar nicht, in den Manga-Form, herüber zu bringen, es gibt einfach Grenzen, was die Adaption angeht, und da ist dann auch schon eine gewesen, für mich persönlich, deswegen, ja, so, dann haben wir, guck, das meine ich, guck mal, schon wieder, wir haben hier schon wieder, Englisch, Deutsch, warum, warum, ich habe es vorhin eingegeben, dass das, äh, japanisch, ach, ich, ich habe auf nichts geklickt gerade, toll, na gut, jetzt muss ich das nochmal einstellen, damit ich überhaupt weiß, was das ist, fantastisch, diese Seite ist nicht auf Englisch, diese Seite ist immer noch, japanisch, immer übersetzen, übersetzen, auf Deutsch, jawohl, Mr. Mikan, Kurzgeschichte, ich brauche kein Happy End, Mikan-san, Monogatari oder sowas, keine Ahnung, I don't need a Happy End, Kado Kaba Comics von Mikan-san, das ist der Autor, schauen wir mal, was der gemacht hat, oder die, das ist, äh, Girls Love Pur, wie ich hier sehe, okay, das ist einfach pures Girls Love, Girls Love am laufenden Band, oh, die haben Now Loading gemacht, das ist der einzige Manga, den wir kennen, weil wir den auch auf Deutsch haben, okay, oder, oder, nee, warte mal, war das nicht auch nur ein englischer Manga, ich komme so durcheinander mittlerweile, auf jeden Fall Now Loading kann man kennen, kann man kennen, ansonsten, ja, es ist halt Girls Love, was soll ich denn sagen, ah, warum, warum, wird das, das wird falsch verlinkt, warum wurde das, übersetzen in Deutsch, guck, es ist schon wieder auf Englisch, ich werde wild, ich habe es doch gerade eben erst eingegeben, und habe gesagt, immer übersetzen, was ist los mit dir, was ist denn mit dir falsch, das war mal so eine schöne Funktion, und jetzt kriegt das Google Ding gar nichts mehr hin, das ist eine absolute Katastrophe, okay, machen wir weiter, ich kann damit nichts anfangen, so, Yoshisora wo Mitsumete, Meta Sono Ato De, After We Gazed at the Stary Sky, ist ein Boys Love Manga, scheinbar mit einem, einem Partner, der im Rollstuhl sitzt, äh, wurde der nicht auf Deutsch auch lizenziert, ich weiß es gerade nicht, äh, Bisco Kida, ist die Mangaka, hat nur das gemacht, alles da, oder der Mangaka, gut, kann ich nichts zu sagen, aber es ist eine nette Thematik, denke ich, für einen One-Shot, dann haben wir, Junkyo, Junkyo, Jou, Takatsuki, Akira no, Suisetsu, Associate Professor Akira Takatsuki's, Conjecture, ist ein Manga, der läuft doch, das ist ein Mystery Manga, das ist ein Yosei Manga, scheinbar mal kein Boys Love, das ist ja verrückt, hätte jetzt auch wieder so ein bisschen gewiped, aber es ist scheinbar eher ein Mystery Manga, aber ein Yosei Manga gleichzeitig auch, von, die Story Writer ist, Sawamura Mikage, schauen wir mal drauf, gut, aha, ist, okay, es ist wieder eine Novel Adaption, okay, und die Zeichner oder Zeichnerin ist, Tochi Ayo, 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 und, ähm, ja, ist eine Novel Adaption, ist eine Novel Adaption, I don't know, ist auch schwierig einzuschätzen, wenn ich ehrlich bin, machen wir mal weiter, dann haben wir Kaibutsu Shoujo Sukan, The Illustrated Guide to Monster Girls, okay, ist ein Manga, vier Bände abgeschlossen, Comedy Horrors, Slice of Life Supernatural, Shoujo, ha, ha, das sieht super interessant aus, okay, der Klassenalltag von Horror Monster Girls, die lernen, wie man Menschen quält, scheinbar, und Abschlüsse machen müssen, ha, das ist interessant, das ist wirklich interessant, Shoujo Horror ist halt auch super selten, dass das lizenziert wird, deswegen, da bin ich, da bin ich, das ist ziemlich gut, da habe ich Bock drauf, Süssu Akeko, ist Mangaka, ich kenne davon leider gar nichts, aber das sieht interessant aus, das werde ich mir auf die Uhr, das werde ich mir mal auf den Zahn legen, das sieht interessant aus, Oh, okay, und es geht um eine bestimmte Klasse innerhalb dieser Schule, die mehr oder minder als Fehler wahrgenommen wird, weil die, äh, quasi, Monster sind, die Angst haben, und, äh, eher gemobbt werden, als, dass sie quasi Menschen mobben, sozusagen, und die müssen halt, äh, irgendwie als Underdogs lernen, richtige Monster Girls zu werden, das, in vier Bänden, 32 Kapitel, Horror, Slice of Life, Supernatural, Comedy, das sieht, das sieht schon, das könnte schon echt interessant sein, und ein paar schöne Anspielungen auf irgendwelche, äh, Urban Möves und so weiter haben, und klassische Monster, es sieht, allein das Cover sieht cool aus, ich bin, ich bin, gekauft, gekauft, oh, oh, no, oh, shit, Majo no Kekon, The Witches Marriage, ich war kurz, komplett drin, ich dachte mir, oh, guck mal hier, Madame, hallo, äh, dachte mir so, oh mein Gott, und dann Hexen, oh, das könnte genau mein Ding werden, es ist leider ein Girls Love, also leider für mich, eieiei, schade, 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 ich hätte es cool gefunden, wenn das hier ein Kerl wäre, das sah auch fast ein bisschen danach aus, aber, wenn man genauer hinguckt, ist es einfach nur wegen der, schlechten, Auflösung, so, ähm, es sieht schon nach einem Mädel aus, tatsächlich, wenn man genauer hinguckt, auf, auf den ersten Blick, dachte ich halt, das wäre wieder so ein, Ara Ara Onesan, und, äh, hier, Schota Style irgendwie, dass, dass man, dass man in diese Richtung irgendwie geht, aber, es ist, äh, es ist, es ist leider nicht, ha, schade, aber ich denke mal, gerade halt für Girls Love Fans, die Hexen mögen und so, dass sie, also, ich würde mir, an eurer Stelle, ich würde mir das Ding holen, an eurer Stelle würde ich mir das Ding mal sowas von holen, sowas von holen, ein kleines Tränchen, äh, 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 geht die, geht die Wange hinunter, aber, schauen wir mal, Studio Headline, hat nur das bisher gemacht, okay, ja, das ist, aber, das ist auch hier, eine coole, coole Lizenz, sieht interessant aus, aber, gibt leider auch nicht mehr dazu, oh mein Gott, ach so, ja, ich dachte gerade, äh, Miruko-chan, Anthology, Comic, äh, tatsächlich, ein Band, 13, äh, Kurzgeschichten mit allen möglichen Mangaka, die man kennen oder auch nicht kennen kann, ja, Miruko-chan ist ja mittlerweile draußen, ähm, ich hab Bände, ich hab sie nicht gelesen, weil, shame on you, on you and your culture und so, ich, äh, ich geb mein Bestes eines Tages, werd ich wahrscheinlich mal berichten, wie mein erster Eindruck davon ist, bisher weiß ich noch gar nichts davon, und im englischen Bereich kam es wohl scheinbar so gut an, dass sie sich dafür entschieden haben, eine Anthology rauszubringen, was ich cool finde, ähm, Punkt, bei uns wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, also das heißt, wenn ihr Miruko-chan Fans seid, und die Anthology haben wollt, ich denke mal, dass der englische Bereich the way to go ist, an dem Punkt, okay, aber ansonsten kann man da glaube ich nichts anders zu sagen, so, dann haben wir wieder das hier, ach was, jetzt, ach, jetzt, jetzt, jetzt funktionieren wir einfach mal wieder, jetzt, jetzt, jetzt ist es in Ordnung, okay, 300 Jahre nachdem ich den Schleim besiegt hatte, erreichte ich das maximale Level, bevor ich es wusste, Spin-Off Red Dragon Yoga Queen Band 1, ich denke an dem Punkt, müssen wir einfach nichts mehr sagen, oder, es ist ein Spin-Off zu 300 Jahre, nachdem ich, äh, Schleim, die Schleime besiegt habe, und so, ich habe mir das nicht auch auf Deutsch, ich komme da so durcheinander mittlerweile, ähm, es ist ein Spin-Off, süßes Dragon Girl, wie es aussieht, ähm, joa, ich denke mal für Fans ist es cool, ansonsten, wahrscheinlich eher uninteressant, weil es ein Spin-Off ist, also, bringt ja nichts, das zu lesen, aber das, äh, Dragon Girl sieht fucking cute aus, das muss man einfach mal, so sagen, ansonsten, joa, belassen wir es einfach mal dabei, und zu guter Letzt für Q1, von aus 23, joa, äh, ja, ri, na, oshi, rei, joa, rio, te, he, ka, wo, kori, 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 kuchu, the second chance, noble daughter sets out to conquer the Dragon Emperor, sieht vom Cover her interessant aus, Comedy, Fantasy, Romance, ach Leute, könnt ihr auch, ich habe nichts gegen Comedy, das ist mir lieber als heulen, aber können wir mal wieder, können wir mal wieder in eine ernsthafte Fantasy Richtung gehen, wäre das mal wieder möglich, ich, ich hätte gerne mal wieder, es, es muss nicht gleich Berserk und Dark Fantasy sein, aber, sowas wie ein Record of Lotus War oder so, können wir mal wieder, können wir mal wieder Herr der Ringe mäßig irgendwie, uns ein, arbeiten, immer wieder Comedy in, mit Fantasy zu verbinden, ist halt auch echt irgendwann, I don't know, Zeitreise ist ein Thema, das kann ganz interessant sein, ach man, es ist so, ich hätte gerne mal wieder so ein richtig schöner Fantasy, Herr der Ringe Style Manga, da hätte ich so Bock drauf, Mann, 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 wie gesagt, es muss ja nicht immer Dark Fantasy sein, es kann auch einfach mal nur klassische Fantasy mit Elfen, Orks und was da geil sein, aber bringt halt mal wieder sowas raus, das ist doch so, ach man, es ist so einschläfernd irgendwie, dieses ganze Comedy Aspekt, das mag auch sicherlich lustig sein, aber irgendwann, das ist wie mit Isekai, irgendwann denkst du ja auch so, wie viel denn noch, also es ist ja mittlerweile, und jedes Mal, wenn man irgendwas davon mal liest, weil man denkt, es ist ganz interessant, ist es halt wirklich ganz nett, aber du schaffst es irgendwie nie ganz zu beenden, und dann denkst du immer, ich hab dafür Geld ausgegeben, warum eigentlich, und, naja, naja, so, dann haben wir hier, das ist die, das ist der Storywriter, Sarasa Nagase, ist immerhin keine Novel Adaption oder sowas, wie das andere, was er da, kenne ich nicht, und die Zeichnerin ist Anko Yuzu, oder der Zeichner, und da kennen wir auch nix wirklich, ich glaube, das ist eine Adaption einer Light Novel, ho, ma, nee, ist jetzt, ist jetzt glaube ich nicht so meins, so, und ich denke, oh, ich meine, das ist wirklich mehr als genug, muss ich sagen, ähm, boah, persönliche Highlights, muss, kann ich jetzt, wir haben so viel geredet, und, oder beziehungsweise, ich hab so viel geredet, und das ist überwiegend japanisch hier, die Titel, deswegen, ich muss das persönlich nochmal in Ruhe durchgucken, ich haus dann auf meine Anni-List, wer zur Not, wer wissen möchte, was ich mir alles persönlich auf meine Plan-to-Read, oder vielleicht Liste setze, äh, folgt mir einfach auf Anni-List, mehr soll Manga eingeben unter User, und, äh, ja, Anfrage stellen, dann nehme ich euch an, und dann könnt ihr mir folgen, und, äh, wisst vielleicht auch teilweise im Voraus, was für Manga oder Anime, Review euch in Zukunft erwarten, und, ähm, generell einfach, was mich aus dieser Lizenzreihe interessiert, und, ähm, genau, das ist eine Möglichkeit, ansonsten, ja, ähm, gerne mich auch supporten, ähm, vier, wie, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Penunzen im Monat auf jeden Fall, und ihr seid im, äh, Maison Manga Club mit drin, da erwarten euch zusätzliche Videos und Podcasts, und, ähm, zusätzlich unterstützt ihr mich, und das würde mich sehr freuen, ansonsten gibt es weitere Unterstützungsmöglichkeiten in der Videobeschreibung, und dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, äh, fürs, äh, zuschauen, für eure Geduld, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, und ihr habt was mitgenommen, und vielleicht das eine oder andere euch auf die Liste geschrieben, und falls ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euch am meisten interessiert, und, ähm, ja, dann sehen wir uns schon bald, tatsächlich, weil ich denke, ich werde das recht, äh, hintereinander raushauen, ähm, mit Q2 der amerikanisch-englischen Lizenzen, freut euch darauf, und ansonsten sage ich wieder einmal, ich bin euer René, von der Maison Manga, bis dahin, Ciao, Bye-bye, bis zum nächsten Mal, Ciao, Ciao, Bis zum nächsten Mal,